Hallo Superios, hallo JJ, JJ, ich sehe es nicht ein, dir nichts zu geben, gib mir dein Paypal sofort. Du hast Minusgeschäft gehabt, das geht nicht. Hallo Henpro, hallo MLG LOL, hallo Supr-Suprise Simon, hallo Simon oder Simon. Hallo Denji, hallo Candy, hallo Sakura, hallo Anpilon, hallo Anne, hallo Barko, hallo JP, hallo Ferretti. Du hast dafür schon gezahlt und ich mache hier immer nur Minus in deinem Stream. Ja eben! Hallo Drarot. Du kannst es mir nicht schenken, du kannst es mir ja schenken, aber dann lass mich dir die Lieferkosten zurückzahlen. Ich habe noch gar nicht geguckt, was mich das jetzt gekostet hat, aber es ist irgendwie 3,75 mal 8 Tage oder so, keine Ahnung. Der Titel, mhm, heute muss ich nichts erklären, oder was wir machen? Hallo Hannes. Wie war meine freie Woche? Scheiße. Nein. Dann hast du schon mehr gezahlt als ich. Ja, aber du hast mich... Egal. Irgendwann finde ich raus, was dein Bankkonto ist und dann kannst du nichts dagegen tun. Irgendwann finde ich dich und stecke dir was in die Tasche. Fjordian, vielen Dank für 61 Monate. Hallo Fjordian. Hallo, hallo. Ich werde es heute noch mindestens einmal die Frage kommen. Welche Frage, wie es mir geht. Achso, was wir heute machen. Ja, ja, ja. Warum verschenkst du 100 Shinies im Wundertausch? Weil die eh keiner will. Das sind Schmutz-Shinies. Hä, warum macht man alles? So, jetzt kriege ich schon einen Keller, ey. Was ist das für eine Frage? Für ein YouTube-Video natürlich. Damit ihr euch denkt, damit du die dumme Frage stellen kannst. Warum machst du das? Das gibt es ja gar nicht. Warum sollte man das machen? Hallo, wer ist sie? Ja, ich habe da in XD sogar schon gerippt. Es ist jetzt auf meiner Gamecube drauf. Aber so habe ich es schön legal gerippt. Aus Go. Mal schauen, was wir alles finden, bis Schrott. Nein, es ist alles kein Schrott. Es sind alles sehr wertvolle, tolle Shinies. Jede Shiny hat ein Recht zu existieren. Und jeder, der das Shiny bekommt, wird sich bestimmt super freuen. Und überhaupt nicht hinterfragen, ob es fake ist. Und dann sehen sie das Go-Symbol und denken sich, oh, es ist nicht fake. Hallo, Azrael. Ich brauche echt wieder Urlaub. Ich bin ein Mensch, der sowieso... Äh, was? Ich bin sowieso ein Mensch, der im Urlaub... Der Urlaub ist bei uns viel anstrengender als mein Alltag. Hallo, Runny. Ich habe Runny getroffen in Berlin. Und Runny ist ein toller Mensch. Das war eine der schönen Sachen, die passiert sind in der letzten Woche. Ich habe den Runaway Ice 9... Mir ist nie aufgefallen, dass da ein 9 ist. Ach, Ice 9. Ja, ja, ja. Runaway Ice 9 Kills habe ich getroffen. Sogar in den Arm genommen. Das war wunderschön. Das war wunderschön. Hallo, Thorax. Ich habe mich von einer guten Seite gezeigt. Ja. Ich auch. Hallo, Gecko. Hallo, Mariko. Hallo, Schrabi. Ah, mir ist schlecht. Ich glaube, ich habe PTSD vom Kotzen. Wieso kam das nicht als Sub? Ich weiß nicht. Das musst du richtig machen. Hallo, Rubin. Oha, du redest ja wieder Deutsch. Schaut, ich sage es immer wieder. Das streamt Mama einen Monat auf Englisch. Und drei Jahre später denken Leute immer noch, dass ich Englisch streame. Das war wirklich so, oh, der Leo streamt jetzt Englisch. Ich gucke nie wieder rein. Ich bin nie wieder dort. Denn Englisch ist die Sprache des Teufels. Und ich spreche nicht die Zunge des Teufels. Also gucke ich nie wieder in diesen vermeidetelnden Stream hinein. Aber ich folge trotzdem. Und dann drei Jahre später wundere ich mich. Ich weiß nicht, ob es drei Jahre sind. Ich vergesse diesen englischen Moment immer wieder. Ja, nämlich auch fünf Jahre hinweg ist ein Monat tatsächlich nur ein kleiner Moment. Wie viel sind fünf Jahre? Fünf mal zwölf, sechzig. Oder? Fünf mal zwölf, sechzig. Sechzig. Sechzig Monate und davor ein Sechzigstel. Das ist fast nur ein Prozent. Das ist krass. Nicht fast. Knapp. Hallo Amy. Hallo Feli. Mariko, vielen, vielen Dank für 13 Monate. Dankeschön. Piktolato, dankeschön auch für 13 Monate. Habt ihr euch abgesprochen? Habt ihr das Gen 4 Origin Decks Video richtig genossen? Dankeschön. War es überhaupt ein ganzer Monat? Ich weiß es nicht mehr. Kann man bestimmt irgendwie nachschauen. Kurz zusammengefasst, wie war meine Woche? Ich werde im Detail darüber erzählen, während wir Wunder tauschen oder Shiny hunten. Meine Woche war so, wir waren zuerst in Berlin. Dort habe ich einen Kumpel getroffen aus der Arbeit damals. Noch einen anderen Kumpel aus der Arbeit damals getroffen. Dann habe ich Runny getroffen. Tatsächlich war es exakt die andere Reihenfolge. Und dann, was haben wir in Berlin? Dann haben wir noch eine Freundin angeschaut, die wir von Dublin damals hier kennen. Also vier Leute getroffen. Und ich habe einen Döner für 9 Euro gegessen, was dort anscheinend normal ist. Haben wir irgendwas in Berlin angeschaut, was toll ist? Nee, ich war nur einfach in Berlin. Ich war im Hotelzimmer und habe ein Buch gelesen. Bücher gelesen. Sorry, dass ich das im Video nicht gecheckt habe. Ich weiß nicht, was du meinst. Hallo, Twittnik. Außer du bist Dominik. Dann bist du doof. Nein, schmarrn. Übrigens, falls du das wieder mal... Warst du das, Twittnik? Du kannst dich auf Discord umbenennen, ne? Du musst nicht Dominik heißen. Ich glaube, du hast das gefragt gehabt, oder? 9 Euro ist günstig. 9 Euro ist nicht günstig. Das kannst du nicht sagen, außer du lebst in der Schweiz, wo ein Döner 15 Euro kostet. Ansonsten kannst du nicht sagen, dass 9 Euro günstig ist für einen Döner. Kannst nicht Dominik heißen, der Name ist vergeben. Ja, auf Twitch Dominik heißt es. Das wird, glaube ich, schwierig. Genau, dann waren wir in Berlin. Dann sind wir... In Berlin bin ich zu einem Retro-Laden gegangen, der echt cool war. Der hatte so viel Zeug. Aber keine japanischen oder amerikanischen DS-Systeme, die ich brauche für Gen 6. Aber ich konnte Pokémon Schwarz kaufen. Das heißt, wir sind perfekt vorbereitet für Gen 5. Ich habe jetzt Weiß und Schwarz. Mehr brauche ich nicht, genau genommen. Ich brauche genau genommen für Gen Genesect Shiny, brauche ich Schwarz-Weiß 2. Auf japanisch. Weiß ich aber noch nicht, ob ich mir das hole. Genau, der Retro-Laden war ganz cool. Erzähl ich später. Und dann bin ich... Sind wir nach Köln gefahren? Mit dem Zug. Hallo, Verox. Großer Döner kostet bei uns 6 Euro. Na, schau. 9 Euro zahlt man nur in der Ecke von eurem Hotel. Ja. Trotzdem Berlin-Döner, 9 Euro. Ist halt so. Ich fahre ja nicht irgendwo hin, um günstigen Döner zu essen. Und dann sind wir mit dem Zug nach Köln gefahren. Das lief gut. Und dann habe ich dort bei einem Kumpel geschlafen. Der Arzt ist aus meiner Schulzeit. Und habe dort einmal Happens und Jesse getroffen. Und am nächsten Tag sollte das große Treffen sein, wo ich auch noch Pascal und Lukas treffe. Und Jesse und Happens nochmal. Happens hat mir viele Spiele geschenkt. Ich habe Happens eine Gamecube geschenkt. Er hat mir... Pokémon Sonne, Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ypsilon und Ranger. Aber ich glaube, dieser Schatten der Almir, bla bla bla, Ranger, geschenkt. Das war sehr nett. Und ein paar Pokémon-Karten. Ja, Deutsche Bahn lief gut. War gar nichts. War kein Problem. Den Tag davor haben die Saufhi rumgestreikt. Aber genau an dem Tag nicht. Und Klopapier hätte ich ihm schenken sollen, ja. Das war sehr nett. Es hat geregnet ohne Ende. Sind durch die Stadt gegangen im Regen. Und dann bin ich zurück zum Kumpel. Sind was essen gegangen. Und dann auf einmal schon in der Nacht, fünf Stunden später, merke ich, mir geht's nicht gut. Bei uns in Brandenburg kostet ein Döner noch sechs Euro. Okay. Hallo Superman. Hallo Robin. Pokémon Garden? Keine Ahnung. Bitte macht Gen5-Video. Okay, chill. Hallo Marco. Da hat der Berliner Döner zurückgeschlagen. Nee. Wir haben keine Ahnung, was es war. Aber ich habe 24 Stunden nichts anderes gemacht als gekotzt. Einmal die Stunde. Also wirklich. Ich habe mitgezählt. Und ich war so dehydriert, dass mein Kumpel mich an den Tropf hängen wollte. Was geht, weil er Arzt ist. Also jeder kann das. Aber er erst recht. Aber ich habe dann gesagt, es passt schon. Aber eigentlich wollte ich dann ein Bild posten, wie ich in einer stinknormalen Wohnung an einem Tropf hänge. Aber dann im Nachhinein wäre es notwendig gewesen. Denn als es mir dann wieder besser ging, habe ich einen Liter am Stück getrunken. Und dieser Liter ist nicht aus mir rausgekommen. Das heißt, dieser Liter Wasser hat meinen Körper komplett aufgesaugt. Ich war so krass dehydriert. Mir ging es so dreckig. Mein Kumpel war einmal dabei, als ich gekotzt habe. Er hat sich totgelacht. Aber es war so schrecklich. Ich hatte das letzte Mal als Kind, dass ich so einen Magen-Darm-Irgendwas hatte. Das letzte Mal wirklich so als Kind oder sowas. Das war wirklich einfach trinken, bisschen Zwieback. Dann eine Stunde lang leiden, kotzen. Zehn Minuten geht es einem dann wieder gut. In den zehn Minuten trinkt man schnell ein bisschen, isst ein bisschen was. Dann leidet man eine Stunde lang, kotzt wieder. Und das war 24 Stunden durchgehend. Und dann auf einen Schlag zwölf Stunden durchgeschlafen. Dann war alles wieder gut. Man kennt es. Hallo Prani, Dankeschön für 45 Monate mit Tier 3. Tier 3, Dankeschön, Prani. Das Geile ist, mein Kumpel schläft so tief. Alle Türen waren offen. Ich bin die ganze Zeit zwischen Sofa und Kotzstelle hin und her gelaufen. Aber ich habe trotzdem versucht, leise zu sein dabei. Er ist nicht aufgewacht. In der Früh lag ich dann so da, hat gesagt, alles okay. Und dann sage ich so, nein. Und dann so, was? Er ist halt nicht aufgewacht dabei. Aber ich habe versucht, leise zu sein. Ja, das heißt, der Tag, wo ich eigentlich coole Leute in Berlin treffen wollte und Berlin-Sachen, äh, Köln-Sachen machen wollte, lag ich da, während mein Kumpel arbeiten war. Als Arzt lag ich in seiner Wohnung und habe stündlich gekotzt, Rosa ist dann kurz vorbeigekommen und hat mir was zu essen gebracht und Medizin. Weil Rosa war bei anderen Freunden, die sie getroffen hat und hat dort geschlafen. Und dann, äh, ging es ja wieder gut, sind was essen gegangen und dann kommt die Nachricht, Flug gecancelt. Und hier ist ihr Ersatzflug. Einen Tag später umsteigen, was nicht alles. Nein. Neuen Flug gekauft, für viel mehr Geld, für 100 Euro mehr. Und dann sind wir gestern Mittag angekommen. Wenn der Kumpel des Arztes zu Hause liegt, ist das dann Arbeit, die man sich mit nach Hause nimmt? Ja. Aber er konnte nicht viel tun. Er hat die ganze Zeit gesagt, er hat halt die ganze Zeit irgendwie, er wollte mir natürlich helfen, hat gesagt, soll ich wirklich nicht nochmals Krankenhaus und Medizin holen? Soll ich nicht wirklich einen Katheter, nicht Katheter, oh mein Gott. halt einen Anschluss legen für, für Flüssigkeit oder sowas. Ich habe nicht gesagt, nein, passt schon. Maori, danke schön. Du hast den Beast Ball. Du musst halt weitermachen, dann kriegst du den Jubelball. Hallo Maori. Dave, danke schön für acht Monate, Dave. Ja. Und das war kacke. Das heißt, ich muss eine Nacht noch mehr auf der Couch schlafen, was okay war natürlich. Und dann in der Früh zum Flieger. Wie läuft Final Fantasy 7, Leo? Keine Ahnung. Ich habe eine Woche nicht gespielt. Ich habe eine Woche lang gar nichts gespielt, denn selbst als ich kotzend in Köln lag, konnte ich nichts zocken oder irgendwie Videos anschauen. Ich habe nichts gemacht. Also in diesen ersten zwölf Stunden von 24 konnte ich echt nichts machen. Selbst irgendwas zuhören oder anschauen ist mir schlecht geworden. und dann in den zweiten zwölf Stunden habe ich wenigstens was anhören können und habe mir Podcasts angemacht. Ich habe nicht scheinige Hand. Ich habe auf dem Rückflug vielleicht 150, 200 Dialga, nee, Geratina Resets gemacht, die allerersten. Ich habe nichts gezockt in Köln. Ich habe nichts gemacht, außer auf dem Sofa gelegen und gekotzt. Nervig. Deswegen, wenn heute nochmal jetzt einer fragt, wie mein Urlaub war, fuck you. Das ist das Problem, man kriegt dann immer, ich denke die ganze Zeit auch jetzt, so, man kennt es, manchmal ist einem halt einfach schlecht oder sowas. Man hat was gegessen, es ist einem leicht schlecht oder sowas. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit PTSD davon, dass es, oh mein Gott, ist es wieder da. Oh mein Gott, ist das, ist das das Gefühl? Ist das das Gefühl kurz bevor? Ist das, der Speichel sammelt sich? Oh mein Gott, soll ich? Oh mein Gott, Hilfe! Also PTSD davon. Deswegen, gerade ist mir schlecht. ein paar Resets von der letzten immer noch drin, es ging, ich wollte die ganze Zeit, aber mir ist so viel schlechter geworden, wenn ich auf irgendeinem Bildschirm geguckt habe. Keine Ahnung warum. Das ist die Definition von krank sein, wenn man nicht mehr zocken kann. Schon, gell? Ich habe mir so oft gedacht, boah, ich hätte jetzt so damals beim Job, ich habe mir so gedacht, oh jetzt ist geil, so eine Woche krank sein und einfach nur zocken und dann ist man krank und ist so, ich wäre doch lieber nicht krank. Aber weil ich gerade nur Superman sehe, was ich heute gemacht habe, ich habe, ich kann es euch nicht wirklich zeigen, ich habe Manafie-Eier übertragen. Ich habe die vier Manafie-Eier übertragen auf Diamant und am 1. April beginnen wir und es wird kein April-Scherz. Oh mein Gott, ich habe kein April-Scherz-Video. Fällt uns noch ein April-Scherz-Video ein. Fuck. Krank sein und krank machen ist Unterschied. Hast du Kölsch getrunken? Nee. Ich habe nichts in Köln gemacht. Ich habe den Dom gesehen, weil wir einmal dran vorbeigegangen sind. Ich habe nichts in Köln gemacht, außer in einer Wohnung zu liegen und zu kurz. Shiny Legis in Kapu? Stimmt, ich könnte ein Video machen, darüber, dass Game Freak ein Patch rausgebracht hat, dass Shiny Legis in Kapu sind. Aber da brauche ich auch ein Beweisvideo dafür und das ist nicht leicht. Wo soll ich denn ein Shiny Legi auf einmal herkriegen? Ich könnte Dynamics-Abenteuer Gameplay einfach kurz reinschneiden. Keiner merkt es. Pokémon Popo bekommt ein zweites DLC. Nee. Ich hoffe, du kriegst das Mannafi auch im Eckmanns wie ich. Moment, du machst Mannafi auch im Eckmanns? Hä? Du hast es doch schon. Vielleicht bekommst du jetzt gleich eins im Wundertausch, ganz zufällig mit dem lustigen Namen. Oh, stimmt. Vielleicht finden wir ein Shiny Legi im Wundertausch, aber dann kriege ich es ja trotzdem nicht in die Situation, wo man es fängt. Ach, du hast es damals im Eckmanns gemacht. Ah. Okay, geil. Ja, wir machen mit beim Eckmanns. April, immer wieder werde ich Mannafi suchen. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe nur nicht zwei Capture Cards. Das heißt, entweder wechsle ich die ganze Zeit das Spiel, sodass wir immer den Moment sehen, wo ich Mannafi ausbrüte, was aber Zeit kostet, weil ich das Spiel ändern muss, speichern muss und so weiter. Geht das überhaupt? Weil dann muss ich ja speichern. Doch, das sollte gehen. Und dann sehen wir zumindest zumindest mal, wie ich die ausbrüte oder ich stelle eine Kamera vor den anderen DS und dann sehen wir halt in richtig schlechter Qualität, wie die Mannafis ausschlüpfen auf dem anderen DS. Okay. Aber lasst mich ein bisschen anfangen hiermit. Handy als Camp zum Abfüllen. Camps habe ich genug. Mir geht es um die Qualität. Ich will nicht ein Shiny Mannafi kriegen mit der Qualität von 1738. Donation Marathon für eine zweite Capture Card. Ich brauche keine Donations, um mir eine zweite Capture Card zu holen, aber es macht keinen Sinn, nicht die zweite Capture Card zu holen für nur ein einziges Shiny. Sagt er abgehoben. So. Als erstes. Moment, in welchem Spiel machen wir es zuerst ist die Frage. Also ich würde es gerne auf vier Sachen aufteilen. Wie viele Shinies hast du insgesamt gefangen? Ich insgesamt ever? Keine Ahnung. Verschiedene Shinies bin ich bei 1125, glaube ich. Stehe auf dem Discord. 1125. Insgesamt Shinies? Keine Ahnung. 2000? 1800? Keine Ahnung. Okay. Okay. In welchem Spiel fangen wir an? Hallo Cynthia. 1738 war ein tolles, ja. Gut, alte Zeiten. Außer, dass was Schlechtes passiert. Ich weiß gar nicht. Hallo Lurky. Wie ich sie frage, ist, wie viel hat er gekillt? Nicht so viel. Ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen die Shiny Fails, die ich hatte. Maximal an zwei hin, kann ich es abzählen. Mir fallen gerade nicht mal fünf ein, die ich tatsächlich gefailt habe an Shinies. Weil ich halt, die meisten sind gebrütet. Ähm. Okay, entweder wir fangen mit BDSP an. Ich glaube, das Spiel, wo am wenigsten der Wundertausch noch populiert ist, populär ist, bevölkert ist, ist wahrscheinlich ein BDSP. Ich will es auf vier Spiele aufteilen. Das heißt, wir machen 25 in Kapu, 25 in BDSP, 25 in Schwert und Schild und 25 in Home. Ähm. Weil in Legends Arceus geht es nicht, oder? Und in Let's Go geht es auch nicht. Wenn es in Let's Go geht, würde ich Let's Go machen. Aber Let's Go hat keinen Wundertausch, oder? Ich brauche jetzt euch, die Profis. Okay. Ähm. Hier sind die ganzen Doppelten. Und ihr wisst ganz, warte, die kann ich gar nicht übertragen. Die kann ich auch nicht übertragen. Okay, aber Cricket Dude kann ich nehmen. Das ist schön. Erstmal Gen 4 Pokémon in BDSP verteilen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Dann kann ich die noch nehmen. 25 ist nicht ganz eine Box. Die alle verteilen wir. Nicht, dass ich mich jetzt vertue und dann kann ich gar nicht 25 übertragen, weil die nicht aufs Spiel können. Aber in Kamesin und Popo gibt es sau viel und in Schwert und Schild gibt es noch mehr. Geht schon. Kapo, BDSP, Schwertschild und über Home wird gehen, oder? Let's Go geht nicht. Arcus geht nicht. Ich muss es in den 4 machen. Außer ich mache 33 und 1. Also 33, 33, 34. Aber Home ist halt auch interessant. Du kannst aber viel aus PLA in BDSP verteilen, oder? Ja. Aber als erstes kommen die Goes weg. Ich mache die aus Go halt nur weg, weil ihr die auch nicht wollt. Jedes Mal, wenn ich Shinies verschenke, keiner will die aus Go. Oh, wenn ihr die aus Go wollt, dann wollt ihr immer nur die aus Go, weil ihr sie selber dann zerstören wollt. Was verständlich ist. Bammelin. Ich nehme mal zuerst nur die ganzen Gen 4er, damit das irgendwie ist C-Mobs. Gen 4, ne, ist Gen 3. Popanz ist auch Gen 3. Ampharos Gen 2. Botogel Gen 2. Vizor Gen 2. Moment mal, ist Ping. Plinther ist Gen 4, ne? Ja. Fenontor ist Gen 3. Marbula. D-d-d-d. Nido King, Nido Queen. Warum habe ich die? Milza, Carpador. Ihr seht die gerade nicht so gut, ich weiß. Es tut mir leid. Stolunior ist Gen 3, ne? Arimorate ist Gen 2, Raichu. Medici ist auch Gen 3. Hier, aber die da sind Gen 4. Die guten Gen 4 Shinies. Sind da jetzt dann die Leute, die BDSP gerade noch spielen? Die haben... Kriegen die guten alle. Schmerbe ist Gen 3. Letakeng ist Gen 3. Snibuna ist Gen... 4, ne? Snibuna ist Gen 4. Zwirfinst? Zwirfinst ist Gen 4. Mit 5 müssen wir übrig lassen. Hallo, die Schieb. Waren bei den 120er-Videon nicht allein 3 oder 4 dabei, die nicht gespeichert waren? Okay, wenn du nicht speichern auch dazu zählst... Ne, 3 oder 4 waren das nicht. Das waren 2, glaube ich. 2 mal ein Parmo und... Irgendwas. Metacross ist auch Gen 3. Finneon ist Gen 4. Chalkorain ist Gen 4. Gott, was ich habe alles aus Go. Floinke. Valdro ist Gen 3. Okay, aber wir haben anscheinend keine Gen 4er mehr. Müssen übergehen. Außer wir nehmen auch Evolis. Ach, nehmen wir doch in jeder Gen 2... Warum kann ich die nicht übertragen? Weil die Giga sind. Nehmen wir doch aus jeder... Für jede... Für jedes Spiel... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Geht nicht auf, aber egal. Nehmen wir mal 2 Evolis. 1, 2, 3, 4, 5... Noch 2 Stück. Nehmen wir noch ein... Wir haben schon genug gute, oder? Nehmen wir 2... Ich meine Schluck kann man den Gen 4 zu 1 weiterentwickeln. Okay, das sind 25, oder? 1, 2, 3, 4, 5... 30, 25. Das heißt, die alle müssen wir jetzt in BDSP Wunder tauschen. Ich will ja nur sagen, ich glaube, wenn ihr jetzt BDSP startet und gleichzeitig mit mir Wundertausch macht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das kriegt. Weil ich glaube, Wundertausch in BDSP ist sehr unbeliebt. Beziehungsweise macht halt einfach keiner mehr, weil keiner mehr das Spiel spielt. Tut weh, dann starte jetzt BDSP. Okay. Du kannst jetzt BDSP starten und... Es kann echt gut sein, glaube ich, dass man dann... Vor allem, wenn man gleichzeitig startet. Ah, es gibt überall die Tradebots. Ja, aber ihr könnt ja dagegen ankommen. Ja, ja, klar, überall geht's. Aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen warten muss. Es wird jetzt nicht so instant gehen wie ein Kapu zum Beispiel. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist definitiv höher, wenn ihr jetzt mitmacht, als ein Kapu. In Kapu ist es unmöglich, mich zu treffen. Aber hier? Wir schauen mal. Wir machen es sogar mit Musik. Oder machen wir es mit Musik? Nee, machen wir es nicht mit Musik. Das ist in... Für Wundertausch... Äh, weiß ich. Ich glaube nicht, dass du für Wundertausch... Wo haben sie überhaupt hin? Ich glaube, es ist hier, ne? GWS, ja. Was heißt eigentlich GWS? Global Wondertrade Station? Ich glaube nicht... Ich glaube, du musst nur bis nach Jubelstadt spielen. Irgendwas braucht man. Ich habe ein Video tatsächlich drüber gemacht. Also könnte es LeosMindGWS eingeben auf YouTube. Und ich habe ein Video gemacht, als es released wurde. Das wurde erst im Nachhinein nämlich released. Am Anfang wirst du nicht hingelassen. Okay. GWS verwenden. Habt ihr irgendwelche Vorhersagen? Habt ihr irgendwelche Ideen? Was, glaubt ihr, ist... Wird die Rate sein? 100 Pokémon. Und ich würde mal sagen, nur... Also was soll denn cool sein, außer ein anderes Shiny? Wahrscheinlich, wenn wir ein Shiny kriegen, ist es Fake. Aber... Ist immer noch lustiger, als... Wie dieser, ne? Du sagst mindestens 3 Shiny Leggies. Giant Wombustation. Unter 100 Shinies sind bestimmt 3 Fake Shiny Leggies dabei. Leggies, sagt ihr sogar. Wir sind ja hier... Ich glaube, hier werden nicht Fake Shiny Leggies verteilt. Wobei... Von Fake denke ich gerade die ganze Zeit an die, die es gar nicht gibt. Wie zum Beispiel Choraidon. Aber stimmt, sie können ja hier trotzdem Arctos verteilen. 5 Shinies. Das sind Fake Pokémon. Pokémon, die rein gecheatet sind. Durch Software. Also einfach... Gecheatete Pokémon. Ich kann nur sagen, die anderen, die jetzt meine Shinies kriegen, die kriegen echte Pokémon Shinies. Sie sind halt aus Pokémon Go. Aber sie sind echt von mir gefangen. Was ich kriege an Shinies, wird wahrscheinlich nicht ansatzweise realistisch sein. Also nicht ansatzweise echt sein. Und es gibt auch hier... Wo ist das jetzt hier eigentlich? Hier. Das sind sie. Ich wähle einen Punkt aus. Warte. Wie? Achso. Kann ich jetzt irgendwie... Europa auswählen? Hier zum Beispiel. Ich glaube, der Punkt ist schon wichtig, weil er dann als erstes da sucht. Aber... Es ist trotzdem Japan, weil, wie gesagt, keiner dieses Spiel spielt. Cepurze. Unser erstes. Shiny. Tschüss, Cepurze. Was kriegen wir für ein Shiny Cepurze? Ein stinknormales Plinfer. Wo sich Leute drüber freuen würden. Wenn sie das Spiel gerade anfangen und nicht Plinfer am Anfang ausgewählt hätten, danke, Dill... Dill... Dillen. Dillen. Wie spät ist es in Japan? Nacht. So acht Stunden voraus oder so. Soll ich einfach... So, ich muss das hier... Kann ich das nicht irgendwie tauschen? Okay, das war jetzt das zweite Cepurze. Ich kann hier nicht um... Umstrukturieren. Ich weiß nicht, ob der... Ob der Punkt wichtig ist. Soll ich einfach... Egal. Ich denke mir halt, wenn es jemand in... Amerika... Wenn es jemand irgendwo anders ist... Da ist gerade, dann ist es wahrscheinlich... Okay, geil. Hier ist es am fährsten, oder? Einfach in der Mitte der Welt. Dann kriegen die das halt eher. Weil wenn ich jetzt auf Japan gehe, dann kriegt es halt ständig jemand in Japan. Oh. Wo ist das? Ist das Hawaii? Was ist das? Die Erde war aber falsch rum. War das Australien? Ja, dann... Dann ist es... Ein Bisasam. Fiji. Fiji. Das ist ein normales Bisasam, ne? Ja. Eine verlassene Insel? So, verlassen ist sie nicht. Da ist jemand mit einem Bisasam. Zack. Wir müssen vielleicht doch die... Die Musik ändern. Aber, ihr habt gesehen, das war jetzt wenigstens schon mal jemand, der... Oh, jetzt ist immer der Punkt, wo man als letztes war. Das ist cool. Warum sind da Punkte mitten im Nichts? So. Wie sieht's aus mit Südamerika? Ich habe anscheinend die Zipurze von Lea bekommen. Hast du nicht. Ey, ey! Wir sind mitten hier im Osteuropa. Das dritte. Drei von hundert. Starra Lili. Tschüss, Starra Lili. Du bedeutest mir nichts. Und es ist ein Medi-Tea. Keiner braucht ein normales Medi-Tea. Bosnien war das, vielleicht. Game Freak kennt keine Grenzen. Hier können wir bleiben. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach weitermachen. Das vierte. Und wir gehen rüber nach... Wahrscheinlich ist das noch Italien. Das ist ein Ringtauschprinzip, heißt... Oh! Ein Bedisa im Heilball. Ringtausch heißt, dass man sich die ganze Zeit mit sich selber... Du tauschst mit jemandem, der mit jemand anderem getauscht hat, quasi. Du tauschst mit jemandem, der mit jemand anderem getauscht hat. Was? Du meinst, ich krieg gar nicht die Pokémon, die die gefangen haben. Jaja, das ist klar. Das ist, glaube ich, meistens so. Viele machen halt Wundertausch ohne Ende. Und dann machen sie einfach das Gleiche immer wieder. Bis sie irgendwas kriegen, was sie gerade brauchen für ihren Spielstand. Oder was sie noch im Pokédex brauchen. Oder mit dem sie ihre Wunderlock weitermachen wollen. Oder sowas. Ich könnte ja auch die ganze Zeit mit dem Gleichen immer wieder tauschen. Ich sage, hier wird es 50% Bedisa sein. Doch, ich habe ein Shiny Zipurzi von dir. Ich habe dir aber nicht das Biosame geschickt, sondern ein Macholo. Hä? Okay. Du hast ein... Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel du ernst meinst. Das interessiert mich aber wirklich. Du hast aber nicht gerade das Zipurzi gekriegt, oder? Wir haben damals in Zipurzi getauscht, aber nicht das hier. Jetzt sind wir in Amerika. Oh, schon wieder. Das ist jetzt aber Deutschland. Jemand von euch? Komm schon. Bei Absalem Wundertausch Video hat er gesagt, dass die Pokémon alle in den großen Pool gehen und es von da random an wen verteilt wird. Ja, klar. Aber, ja, klar. Klar, alle machen gerade Wundertausch. Alle, die machen, sind im Pool drin und dann wird random eins ausgewählt und dahin geschickt. Klar. Ob jetzt der Partner zuerst ausgewählt wird und dann getauscht wird oder ob zuerst ins Nichts getauscht wird und dann das einfach weitergetauscht wird, ist jetzt technisch, ne? Ist ja egal eigentlich. So, Frankreich vielleicht. Ist schon noch Deutschland. Ist schon noch Deutschland. Oder? Vielleicht. Knapp. Knapp. Doch, ich habe das gerade bekommen. Ein Shiny-Zirpurze aus Go mit dem Original-Trainer LeosMind. Ist das dein Ernst? Wie geil ist das denn? Das heißt, du hast gerade mein Wundertausch gekriegt, aber ich habe nicht deinen gekriegt? Das ist jetzt, das ist der Beweis, dass es wirklich in ein, also auch wenn es schon bewiesen ist, klar, dass es wirklich, es wird quasi in eine Sammelbox geschickt und ich kriege etwas aus der Sammelbox und du kriegst etwas aus der Sammelbox. Aber wir kriegen nicht das Gegenseitige. J-Fonds, wie geil, du hast mein Cepoze gekriegt. Ist das nicht cool? Aber ich habe leider nicht deins gekriegt. Aber das heißt, es ist komplett egal, was hier für ein Land ausgewählt wird. Was ist das für ein Spiel? BDSP. Welches Spiel ist das? BDSP. Wir haben es mit dem Pool, ja. Und wir sind wieder in Deutschland. Oder, ja. Theoretisch könntest du dein eigenes Pokémon später wiederbekommen. Das finde ich auch sehr gut. Sieh, Discord im Shiny Chat? Geil. Du hast nichts dagegen, wenn du ins Video reinkommst, jetzt J-Fonds, oder? Weil das, das habe ich gehofft, dass das passiert. Aber sobald halt die Leute wenigstens sehen, dass es aus Go ist, wissen die, dass es wahrscheinlich wenigstens echt ist. Aber natürlich gucken sie nach dem Go-Symbol und sind so, oh, es ist noch aus Go. Okay, wir sind bei sieben, aber schon verschickt. Okay. Okay. Das ist Legends-Legends-Zar. Hey, ich finde es hat voll geil, J-Fonds, was du einfach aus der Scheine gekriegt hast. Sorry, dass es das C-Purze war. Das Staraptor wäre wahrscheinlich noch krasser gewesen. Leos-Mind. Lustig. Ah, was habe ich gekriegt? Ich habe nicht hingeguckt. Wir sehen es gleich. Legends-Zar-Zar. Ein Bibarell. Ein englisches Bibarell. Komm, Shiny-Plinfer. Das ist aber die ganze Zeit so im Raum von Deutschland. Hallo, Friesen. Du bist immer noch nicht Final Fantasy VII-Story durch, nur auf 100%. Alter. Weil du wirklich alles machen willst, bevor du es durchspielst. Cool. Downgrade. Shiny-Plinfer hergeben, normales Plinfer kriegen. Das nenne ich mal Wechselkurs. Das ist der Wegzoll. Shiny-Nes wird entfernt. So, jetzt kommen wir zu den coolen. Ein Shiny-Knacksel. Wo war das? Finetro muss ich ja wirklich alles machen. Ja. Ja, ich will das auch irgendwann machen. Geht's mal in der Antarktis. Wer spielt da gerade? Ich glaube, das ist fake. Glaubt ihr auch, das ist fake? Mit dieser Weltkugel. Als ob da gerade jemand, der Antarktis einfach mir ein Felino geschickt hat. Oder halt überhaupt jemand dort spielt. Hallo, Herr Pans. Dylan? Dylan hat mir schon mal. Dylan hat mir schon mal. Was steht jetzt nicht? Steht nirgendwo der Original-Trainer in der Übersicht hier? Na toll. Dylan war, glaube ich, der allererste hier. Aber der war japanisch. Und jetzt ist dieses Whooper hier englisch. Na gut. Knackrack. Wer kriegt ein Knackrack in Shiny? Der war vorhin in Japan. Hä? Hä? Das war jetzt diesmal englisch. Ich meine, Dylan ist ein Name. Den kann man sich schon geben, ne? Mehrmals aber. Und wir sind wieder hier. Es sind aber trotzdem ähnliche Punkte die ganze Zeit. Ich glaube, wir hatten vorhin auch den Punkt hier. Ich muss sagen, für das Gen 4 Video, ich habe ja ausschließlich positive Kommentare unter dem Video. Und so viele. So viele liebe Kommentare. Komm mal, lad. War auch wirklich gut. Dankeschön. Ich bin ein bisschen Fishing for Compliments. Das ist komisch, dass ich, weil es jetzt eine Woche her, oder es ist nicht eine Woche her, aber fünf Tage her, dass ich das hochgeladen habe. Und ich bin jetzt das erste Mal live, seitdem ich das Video hochgeladen habe. Wir sind wieder in der Antarktis. Ist das überhaupt die Antarktis? Der Südpol. Doch, das ist die Antarktis, weil oben ist Grönland. Das ist die Antarktis. Ja, wir können mal gucken, ob... Aber bisher ist wenigstens kein Name, seltsam. Und das ist ein normales Luchs. Scheinluchs. Keins zum Honig am Baum. Was? Kein... Nee, kein einziges. Doch ein Kommentar hat heute geschrieben, da schmiert er extra Honig an den Baum. Äh, das war jetzt der gleiche Mensch. Habt mal gesehen, oder? Weil es waren jetzt zwei in der Liste. Ich hab tatsächlich gerade mit dem gleichen Menschen getauscht. Das Scheinluchs hier. Jelka Rain. Dann wird ein Eskimo sehr glücklich sein beim Eisangeln. Ja, der Dylan. Weil der hieß diesmal anders. Hä? Ich check's nicht. Nur bei dem Punkt ist es wahrscheinlich zweimal eine Person gewesen. Also, zwei verschiedene Personen am gleichen Punkt, glaub ich. Du hast beim ersten Mal schon übersehen, dass ich Honig an den Baum geschmiert hab? Komm schon. Es war so dreckig. Ich musste heftig lachen, als ich Honig an den Baum geschmiert hab. Es war übrigens... Es hat sich keiner beschwert, aber ich... Ich hab immer parat. Es war nur Agavenhonig. Keine Bienen kamen zum Schaden in diesem Video. Das Video war zu kurz. Schau schon wieder. Hier sind es zwei. Weil ich hier schon war bei dem Punkt wahrscheinlich. Krieg ich irgendein Trophäe, wenn ich bei jedem Punkt auf der Welt hier war. Und... Uns bleiben noch... Zehn. Dann gehen wir rüber zu... Schwedenschild. Ich glaub, wir kriegen hier nix cooles. Nix besonderes. Ich glaub, die ganzen Shiny-Bots... Wären die Shiny-Bots nicht ausgeschalten langsam? Bei alten Spielen dann? Du hast mein Zubat. Hab auch nicht mit dir getauscht. Dein Ernst? War das dein Zubat? Wie heißt du in dem Spiel? Das heißt, ich hab was von dir gekriegt, aber du hast nicht mein Shiny gekriegt. Oh. Das tut mir leid. Bist du Dylan? Syrus? Nee, Syrus war der... Aber Syrus hatten wir heute auch schon. Das ist doch alles hier gegenseitig ein Runterholen. Ey, das gibt's ja gar nicht. Also... Das Zubat. Ist aber ewig her. Dieses spanische Zubat? Ist das ein Spiel auf Spanisch? Ich hab kein Zubat sonst gekriegt. Ich hab ein Shiny-Schein-Lux, aber du hast nicht mein Trussel bekommen. Meint ihr das ernst? Leute, auf dem Discord-Beweisbilder habt ihr meine Shinies gerade gekriegt. Hast du meinen Shiny-Schein-Lux gekriegt? Okay, das nächste ist nochmal ein Shiny-Schein-Lux. Ich hab' einen Kanal. Shiny einfach. Shiny-Chats. Oder Zeig her, oder was das war. Stabilo! Hallo Stabilo! Dankeschön für 16 Monate Stabilo! Und hallo Majora! Ich meine, das ist ein Shiny! Oder? Das ist braun! Soll das nicht grau sein? Das ist braun. Das ist Shiny! Wer sollte denn ein... Natürlich ist das Shiny! Aber es hat keine andere Sprache. Ist es meins? Aber ich checke's... Was? Ich hab' meins wiedergekriegt. Ich hab' meinen Shiny-Schein-Lux wiedergekriegt. Weil da steht keine Sprache dabei. Weil da steht immer eine Sprache dabei, wenn's... Das ist auch mein Shiny-Lux? Nein, da steht auch keine... Das ist Deutsch. Okay, wir wissen noch nicht, ob's meins ist. Dafür müsste ich kurz rausgehen. Ich kann die OT nicht sehen hier in dem System. Ich muss rausgehen dafür. Aber es ist auf jeden Fall nicht trainiert oder sowas. Ich geh' kurz raus. Oh, das ist blöd. Normalerweise, wenn man tauscht mit jemand Fremden und dann ist es trotzdem Deutsch, aber das Deutsch wird dann angezeigt. Aber hier ist es anscheinend nicht so. Deswegen, es muss nicht meins sein. Mal schauen, das hier ist nicht meins und hat auch keine Deutsch oben rechts. Aber dieses Shiny-Lux ist anscheinend auch aus Deutschland. Und das ist von Fred. Okay, gehen wir kurz alle durch. Bis jetzt. Wir haben ein Medity von Jerry. Ein Bidisa von... Und von Dagoest. Und von Vahurin. Noch eins. Abra und Zubat sind von der gleichen Person gewesen. Natsu. Natsu kenne ich den Namen. Ist nicht einer von euch Natsu? Jetzt steht die Sprache nicht mehr dabei. Doch, das wäre Deutsch. Das Wingull ist Deutsch. Äh, Wirt. Wir haben Plintfa. Rein. Noch ein Rein hier. Das funktioniert echt. Du bist Natsu. Evoli Angel. Ich hab deinen Natsu gekriegt. Fred. Jemand von euch Fred. Louis. Nochmal Rein. Und jetzt meins. Das ist meins. Ich hab mein eigenes Staravia wieder gekriegt. Das ist echt in einem Pool einfach. Und bleibt da sogar ewig drin. Tun wir das wieder zurück. Aber dann sind es halt 26. Aber so... Ich würde sagen, ich hau's wieder zurück. Weil sonst... Weil ich will ja 100 Wunderttausche gemacht haben. Ich hab's zwar gemacht, aber das macht ja einen Wunderttausch wieder rückgängig. Oder? Also ich würde sagen, ich darf am Ende nicht dieselben wiederhaben. Und die zwei unteren. Ich weiß nicht, wo du mir eine Privatnachricht geschrieben hast. Aber ich seh nirgends mal eine. Und dieser Sam. Das hab ich die letzten 40 Minuten verpasst. Ich verschicke Shinies in den Wunderttausch. Und habe schon mein eigenes Shiny zurückgekriegt. Ich lerne sehr viel über Wunderttausch. Ich hab mein eigenes zurückgekriegt, ja. Wobei, nein. Wir machen Staravia jetzt wieder in den Pot rein. Jemand anderes soll diese Staravia kriegen. Nicht ich selber. Da ist mein Scheinux. Noch jemand hat mein Shiny Scheinux. Enpro. Oh, Punkt 1. Wer Punkt ist Irland? Keine Ahnung. Ich glaub nicht, dass es eine Rolle spielt. Warum ein BDSP? Weil ich alle Wunderttausche mache, die nur gehen. Und es sind vier Stück. BDSP, Schwert und Schild, Kapu und Pokémon Home. Coinity. Das heißt also auch selbstverständlich Stunden später kann man noch weitersuchen nach deinen Shinies? Ja. Kommt drauf an, wie viele im Pool sind und wie viele suchen. Umso schneller ist der Pool wahrscheinlich leer. Jetzt hab ich zum Beispiel ein Franzisches gekriegt von einem japanischen Punkt. Lehagun. Lehagun. Dankeschön für drei Monate. Das Origin Dex Video zu Gen 4 war mega. Danke für den super Content. Dankeschön. Ich glaube, Gen 4 wird aber quasi der Meilenstein, also das Highlight bleiben. Weil es kommt, glaub ich, nix mehr, was irgendwie so krass ist wie in Gen 4. Aber wir ziehen's auf jeden Fall bis Gen 6 noch durch. Ihr seid witzig, wie soll er seine Home-Shinies zurück auf Usum oder XY kriegen? Genau. Hat das schon jemand gesagt? Du kannst auch in XY einen Wundertausch machen? Ja, okay. Und wie soll ich da die 100 Shinies tauschen? Welche 100 Shinies? Zwirfenst, wer kriegt ein wunderschönes, fettes, shiny Zwirfenst? Einfach kurz angeln. Kurz die Shinies angeln. Die will ich dann aber behalten. Die gebe ich doch nicht her. Es war ein nur normales Gespräch und schlubs, hatte ich einen Tattoo-Termin. Wie passiert das nur immer bei mir? Was war Stabil hat auch gesagt? Du hast Tattoo-Tattoo-Termin. Ihr Verrückten, ihr Verrückten. Ihr wisst schon, dass das nicht mehr weggeht. Hey Shrik. Bloody Court, was los? Du bist es. Ist das dein Lumpy, Bloody Court? Ich hab dein Lumpy gekriegt. Aber du hast wahrscheinlich nicht mein Zwirfenst gekriegt. Du hast Felino getauscht. Aber hast du vorhin irgendwann schon mal ein Lumpy getauscht? Und das ist ja das. Jemand anderes hat dein... Achso. Aber da stand Lukas. Ja. Eben, das ist dann von vorhin. War der Urlaub? Scheiße. Das können sie nicht machen, Dave. Es sind viel zu viele. Bloody Court, es ist hier ein riesiger Pool. Stell dir vor, da ist eine riesige Box. Die ist in der Wolke. Eine Cloud. Und wir schieben unsere Pokémon in diese Cloud rein. Und dann werden random Pokémon da rausgenommen. Das heißt, ich... Das Einzige, was ich gerade mache, ich schicke einfach nur 100 Shinies in diese Cloud rein. Und keine Ahnung. Es kommt halt drauf an, wie viele da mitmachen die ganze Zeit. Wie lange es dauert, bis das dann rausgezogen wird wieder. Aber jedes Mal, wenn ich halt eins in die Box rein tue, nehme ich eins aus der Box raus. Und ich habe halt gerade dein Lumpy rausgenommen. In der gleichen Sekunde, wo du es verschickt hast. Ja. Es ist nicht Echtzeit einfach. Wahrscheinlich, wenn Wundertausch passiert, ist es niemals Echtzeit. Zumindest nicht hier. Ich weiß nicht, wie es in den anderen läuft, aber wahrscheinlich ähnlich. Wir sind gleich fertig. Bis auf, dass ihr von mir was gekriegt habt. Und ich langweilige Monst von euch. Shame on you. Ähm. Ist nix passiert. Beim 3DS war das immer Echtzeit, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Weil Echtzeit wäre auch nicht... Wäre halt technisch wahrscheinlich viel schwerer. Und es wäre ja auch nicht langfristig... Weiß nicht. Ich weiß zumindest, bei Schwert und Schild muss man immer so ein bisschen warten. Da kann es immer unterschiedlich lang dauern. Hm. Ach nö. Da stand nicht mein Name. Da stand nicht mein Name. Aber er ist deutsch. Von Zack? Also, dass Zack ein Shiny Finion mir schickt und auch noch deutsch ist. Ah ne, es ist von Zack. Aber es gehört nicht Zack. Aber dann hatte es ja vorher Zack. Das ist deins. Das muss meins sein. Wir machen erstmal weiter. Aber... Dass da dann trotzdem steht, dass es von jemand anderem ist. Mäß hat das bekommen, wieder reingetan. Aber wer ist denn so blöd und bekommt es und tut es wieder rein? Wer tut da denn Shiny wieder rein? Und es ist ja wirklich... Keine 5 Minuten her. Oder es ist ein Bot, der weiter tradet. Das klingt am logischsten. Sonst würde da doch Germany stehen. Ne, in BDSP steht da... Nix. Also es ist wahrscheinlich mein Finion. Aber das ist kein Beweis. Überall, wenn es deutsch ist, steht da nix. Also dann kam es ihm ein Popo anders. Er dachte, Shiny ist gleich fake, also wieder rein. Aber das sollte man allerdings einmal kurz überprüfen, ob es fake ist. Das ist komisch, dass dann eine andere Person da steht. Aber ja, es könnte ein Bot sein. Der einfach weiterschickt die ganze Zeit. Oder... Das Spiel lügt. Kann halt auch sein, dass da einfach Charaktere erfunden werden. Also genau genommen muss ja diese Online-Box immer im Gleichgewicht sein. Es kann ja immer nur eins reingetan werden und hergegeben werden. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass die Box im Ungleichgewicht ist. Und dann werden einfach welche hergegeben. Ohne dass jemand... Ohne dass ein Name dahinter steckt. Ey, das macht keinen Sinn. Aber weißt du, sonst würde da... Da würde doch jetzt... Wahrscheinlich ist aber eine Regel im System, dass du nicht das gleiche Mon zurückkriegen kannst. Aus der Box zumindest. Also wenn ich meinen Finion reinschicke, kann ich nicht dieses Finion wiederkriegen. Aber natürlich kann ich das Finion reinschicken, jemand anderes kann das Finion kriegen und jemand anderes kann das Finion wieder reintun und ich kann das Finion wieder rausholen. Und deswegen steht dann da Zack. Weil ich glaube schon, da sollte schon wahrscheinlich so eine Blockierung sein, die nicht erlaubt, dass ich das gleiche nach 5 Minuten wieder raushole. Weil dann wird ja echt stehen, LeosMind schickt LeosMind etwas. Bist du wieder in deinem alten Stream-Team? Ja. War das beim Starrabia auch so? Da habe ich nicht hingeguckt. Aber auf der Aufnahme ist drauf, da können wir nachschauen. Viel Spaß, Makas. Hallo, Happy Ben. Hat nur das Go-Logo gesehen, hat zuvor wieder zurückgeschickt. Das sieht man hier aber auch nicht. Dafür muss man auch erst aus dem Monat tauschen raus. Das dauert viel zu lang. Das war ja fast instant, dass ich das wiedergekriegt habe. Hat irgendjemand noch was von mir gekriegt? Stabilo, ja, ich habe deine Fossilien gesehen. Ist das nicht cool, die Methode? So, wir müssen uns vielleicht das Finion anschauen. Aber wahrscheinlich muss ich das auch noch wieder reintun. Und er dachte, wie viele hier nicht mein OT, dann brauche ich das Shiny nicht, also wieder weg. Aber warum machen Leute dann Wundertausch? Ich verstehe ja eh nicht, warum man Wundertausch machen sollte. Außer man macht sowas wie ich jetzt. So eine Challenge halt irgendwie. Aber ansonsten, warum sollte man denn... Also ich meine, wenn man Wundertausch macht, dann macht man es, um Pokémon zu kriegen, um sie nicht zu fangen. Vielleicht aus der anderen Gen zu bekommen. So, ne? Aber dann würde man ja auch keine... Wenn er einfach einen Shiny sofort zurückschickt, was ist dann dein Ziel? Was machst du dir dann im Wundertausch? Wenn du einen Shiny sofort zurückschickst? Vielleicht was zum Brüten suchen. Oh, dann zeig mal... Ja, wenn du einen anderen Starter suchst, dann schickst du doch kein Shiny wieder zurück. Das war eigentlich doch noch. Was sucht eine Person im Wundertausch, die ein Shiny zurückschickt? Und wo steht mein Name? Leo. Moment mal, hä? Da hatte ich meinen Namen schon geändert, oder? Das ist schon meins, ne? Ja, ja, das ist schon meins. Okay. Ansonsten, die anderen, die wir gekriegt haben, waren alle die hier. Rein. Ich habe so viele von rein gekriegt. Connor? Da ist doch nicht Lukas. Lukas, du hast doch gesagt, du hast mir ein Lampi geschickt. Das war aber dann nicht dein Lampi. Du hast mal einen Shiny Schlurp. Angel hat mal einen Shiny Schlurp. Haus in den Discord. Beweisfoto. Uri, Ryan. Schon wieder ein Fred, Ferris. Wo ist Fred gewesen? Wir hatten vorhin schon Fred hier Scheinux. Also will ich kurz gucken. Fred Scheinux. 17, 12, 8. Wieder Scheinux. Okay, ist ein anderes. Wäre lustig, wenn es exakt das gleiche wäre. Wir decken Wundertausch auf. Okay. Also ich habe viele von den gleichen Menschen gekriegt. Und ich habe zweimal mein eigenes zurückgekriegt. Obwohl es echte Shinies sind. Ich würde es gerne noch irgendwie aufdecken. Hat die Person, hat wirklich jemand mein Finion gekriegt? Kann ich hier irgendwie nachvollziehen, was passiert ist? Kann ich irgendwie auf Info gehen oder so? So auf Logbuch oder so? Globus ansehen? Okay, nee. Warte mal, Globus ansehen. Und dann vielleicht... Hier. Hier. Hier war Staravia. Das war, glaube ich, meins. Entfernt. Nee. Deutsch, Deutsch. Ich habe ein Staravia von Isar gekriegt. Und ich habe Finion. Hier. Finion habe ich von Zack gekriegt. Das heißt, es hatte jemand. Oder er findet es jetzt das Spiel einfach. Vielleicht er findet es das Spiel auch einfach. Und halt, um nicht zu zeigen, dass du es einfach wieder zurückgekriegt hast. Ich kann mir ja da nicht vorstellen, dass jemand ein echtes Shiny wieder zurückschickt. Macht mich sauer. Man kann doch nicht Go so sehr hassen, dass man es direkt wieder zurückschickt. Naja. Nicht mal ich würde ein Go-Shiny direkt wieder zurückschicken. Sagt der, der sich blind in die Welt schickt? Ja, aber ich habe ja ein Motiv dahinter. Ich will das Motiv von anderen Personen wissen. Ich würde es freilassen. Madagaskar. Gibt es noch irgendeinen Weg, SoulSilver Hard Gold zu bekommen, ohne gescammt zu werden? Ja, du kaufst halt einfach eins, was kein Scam ist. Du musst halt aufpassen. Viel Geld in die Hand nehmen und genau das Spiel anschauen. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Also, ja. Okay, wir haben wieder ein Scheinungs gekriegt. Moment, das ist aber wieder von Zack. Ist das mein Scheinungs? Ne, dann wäre es Shiny gewesen. Okay, und das ist die Ausbeute nach... Das ist die Ausbeute nach 25 Shinies. Haben wir natürlich kein einziges Shiny zurückgekriegt. Nicht mal ein Fake. Wir haben allerdings... zweimal unser eigenes Shiny zurückgekriegt. Wegen... Entweder hat die Person sich gedacht... Öh, will ich nicht. Hat es wieder zurückgeschickt. Und hat es halt wieder in den Wundertausch geschickt. Und ich habe es zufällig wiederbekommen. Oder... Was ich eher glaube, ist tatsächlich, dass es einfach... in die Box geschickt wird. Und dann... kriege ich das zufällig wieder. Damit da aber nicht steht, dass das von mir ist, wird da einfach ein Name hingeschrieben. Irgendeiner. Deswegen ist es ja auch ein relativ einfacher Name gewesen. Zack. Wie war das beim anderen? Warte mal, das war... Das von Fred. Warte mal, aber wo war das... Das. Nicht wieder Fred. Fred verschickt zu viele. Florian. Aber das sind ja die OTs. Aber von wem man es bekommen hat... Warte, lass uns mal gucken. Wer hat... das Staravia mir zurückgeschickt? Denkst du viel drüber nach? Ich mache ja ein Video drüber. Und dann will ich in dem Video nicht sagen... Ja, und dann habe ich mein eigenes Shiny zurückgekriegt. Keine Ahnung. Ich muss das ja verstehen. Warum? Warum sollte man denn so dumm sein und ein Shiny wieder zurückschicken? Das ist ja immer das Problem, was ich mit Wundertausch habe. Weswegen ich... Mal sagen... Ach ja, alle meine doppelten Shinies schicke ich einfach in Wundertausch und tu den Leuten was Nettes. Man sieht, was man den Leuten Nettes tut. Die checken es nicht, dass es Shiny ist. Oder sie denken sich... Kack, Shiny, ich schicke es einfach weiter. Schickt eure wundervollen Shinies nicht in den Wundertausch. Die Leute wissen es nicht zu schätzen. Finion habe ich von Zack gekriegt. Und Staravia... Habe ich von Isa gekriegt. Ich finde, das sind so simple Namen. Deutsch. Englisch. Ah, okay. Das sind so einfache Namen, dass ich sage, es können fast einfach... Ne. So. Lorem Ipsum Namen sein. Wenn gerade nichts da ist, dann kriegst du einfach dein eigenes Zeug. Von welchem ist das Macholo? Glaubst du, das ist deins? Weißt du, dass es deins ist? Ich glaube, du bist da was großem auf der Spur. Ich glaube auch. Jemand hat auch dein Zwerfins bekommen. Ja, ja, viele. Ich meine, von 25 wurden nur zwei zurückgeschickt. Und von 27 wurden... Also, ich musste 27 Täusche machen, um 25 wegzukriegen. Nein. Warum interessiert dich dann, von wem das Macholo ist? Macholo ist von einem japanischen Menschen. Okay. Stopp. Let me out. Was die Illuminati mit dem Wundertausch zu tun haben. So viel. Aber ja. Das ist die Ausbeute. Jetzt gehen wir rüber zu... Schwert und Schild. Was machen wir mit all denen, die wir jetzt gekriegt haben? Selbstverständlich zerstören. Nicht jetzt. Das mache ich alleine. Wenn keiner hinschaut, ist es zu grausam. Kannst ja ausprobieren. Schickst noch eins los und schaust, ob du es wieder bekommst. Hä? Das machen wir doch die ganze Zeit Neon. Und es hat doch schon zweimal funktioniert. Okay. Kann das Bild auf X machen. Oder du schickst es in Discord. Aber du kannst es auch gerne auf X machen. Aber nenn es nicht X. Das heißt Twitter. Wenn du es X nennst, hat der Arsch gewonnen. Das heißt X. Nur für gerünten Kacker wie dich anscheinend. Also niemand. Mit einem gesundenem Geist. Nennt Twitter X. Nur Pornoseiten heißen irgendwas mit X. Und der Arsch hat gewonnen. Hat er überhaupt nicht. Die Seite ist so kaputt wie noch nie. Versuchen wir jetzt so viele reinzutun, die es nicht in Kamsin und Popo gibt. Ich glaube, ich sollte zuerst Kamsin und Popo machen. Zumindest die rüber tun. Ich habe Angst, dass mir die ausgehen. Oder die es nur in Schwert und Schild gibt. Okay. Ich glaube, das kriege ich ungefähr hin. Das gibt es in Kamsin und Popo. Das gibt es in Kamsin und Popo. Okay. Ich versuche echt nur die reinzutun, die es nicht in Kamsin und Popo gibt. Schallquab gibt es nur in Kamsin... Äh, gibt es nur in Schwert und Schild. Und das gibt es auch in Kamsin und Popo. Also, Quapuzi-Quapsel, die ganze Horde. Raichu-Remorate. Gibt es nicht in Schwert und Schild. Mediti. Caprodor. Also gibt es in Schwert und Schild, meine ich. Garados. Milza. Milza gibt es. Nidoking, Nidokuin. Die gibt es nicht in Kamsin und Popo. Mabula-Fenontor. Ja. Fleckmann gibt es. Rotogil gibt es. Mollimorba gibt es. Ampharos. Sonnfang gibt es. Porygon. Porygon gibt es nicht, ne? Porygon haben sie nie in Kamsin und Popo reingetan. Oder? Ne. Velosi auch nicht. Skorgler. Aber schon. Oder? Ja. Doch, gibt es. Was? Doch? Was? Porygon gibt es? Ach, Leo. Wo gibt es denn Porygon in Kamsin und Popo? Hallo, Hamke. Hä, wo gibt es denn Porygon in Kamsin und Popo? DLC 2 Eisgebiet? Oh. Stimmt. Stimmt. Zwiebel. Was? Zwiebel? Roserade. Gibt es nicht in Kamsin und Popo. Magpie gibt es. Donphan gibt es. Elektek gibt es nicht in Kamsin und Popo. Kadabra und die gibt es nicht in Kamsin und Popo. Es gibt kein Abra Kadabra Simsel in Kamsin und Popo. Aspior gibt es auch nicht. Schanera gibt es. Oshovot gibt es natürlich. Paras gibt es hier auch nicht. Verdammt. Paras. Das war's. Okay, dann müssen wir jetzt welche nehmen. ein Link für Schlup. Nice. Dankeschön. Angel. Dankeschön. Kommt alles das Video rein. Gelost der Dude ist. Was gibt es auch? Doch gibt es. Doch auch. Kieran. Auf Alpollo da noch einen Ewigstein legen. Oh, das wäre so... Gut. Nett. Kann man Items in den Wundertausch reintun? Ja, der Linker ist auch Twitter. Ja, schau. Da habe ich irgendwas übersehen. Gibt es irgendwas... Ich weiß, ihr seht nicht alles. Lavitar. Gibt es irgendwas nicht? Ich nehme trotzdem Porygon jetzt. Scoreklar kann ich hier nicht rüber tun. Die meisten Fake-Shanks haben doch Meisterbälle. Meine nicht. Und trotzdem werden sie einfach wieder zurückgeschickt, die Schweine. Seemobs. Raupi war noch da. Ich rede hier übrigens nur von Go-Pokémon. Brauchst nicht alle anschauen. Nur die Go's. Raupi ist glaube ich nicht aus Go gewesen. Aber ich glaube, es gibt... Ich meine, es gibt keinen Popons. In Karmusin und Popo. Und kein... Da war doch noch was, was ich gerade machen wollte. Was war das? Hä? Und kein... Hä? Achso, kein Seemobs. Es gibt doch kein Seemobs. Seemobs rein damit. Seemobs gibt es doch nicht. Okay, noch zwei Stück. Nee, das war's. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht, neun, zehn. Aber was? 30, fünf weniger. Okay, wir müssen immer noch fünf reintun. Fünf... Irgendwas noch. Fleckmon. Also Galar-Fleckmon kann man glaube ich trotzdem in Karmusin und Popo reintun. Wablu gibt's, Finontor gibt's, Garados gibt's, Milza gibt's, Finks gibt's, Medici gibt's, Quaxos gibt's, Stolunios gibt's. Äh, da, 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 Schmerbe. Gibt's Welser in Karmusin und Popo? Ich glaub, ich glaub schon. Ich glaub schon, egal. Starlos. Oh, Starlos. Oh, Starlos. Stimmt, stimmt, es gibt kein Onyx in Karmusin und Popo. Wie verrückt. Okay, noch drei. Tengulus gibt's, Girafarik gibt's. Dieses Leta King, doch, die gibt's natürlich auch. Die Geister gibt's auch, Nocchan gibt's, Metagross gibt's, Kleinstein gibt's. Ich könnte noch... Rabauts... Ach, Evolis wollen wir noch machen. Machen wir noch... Drei... Machen wir... Ja, doch. Machen wir drei Evolis. Das sind jetzt 25, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier... Warum waren das letzte Mal hier zwei? Achso, weil ich da oben eins weg hatte. Okay. Das... Das sind auch ein paar coole Pokémon. Ein paar langweilige. Auch ein paar coole. Wenn ihr jetzt Schwert und Schild startet, besteht also auch eine gute Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Shinies bekommt von mir. Letztendlich immer deine ganzen Shinies aus Go zu Home. Ja. Was bräuchte ihn Home? Äh, was bräuchte ihn? Go. Da verschimmeln sie erst recht. Aber ich habe auch Home die letzten zwei, drei Wochen gar nicht gespielt. Dieses Spiel geht den Bach herunter, weil alles monetarisiert wird. Macholo. Stimmt. Macholo gibt es nicht in Kamsi und Popo. Egal. Es ist halt, Go ist ständig einfach nur noch, hier ist ein Event. Oh cool, drei Euro. Hier ist ein Event. Oh cool, zehn Euro. So. Am Wochenende war Community Day Flamia. Ja. Wenn du Geld zahlst, kriegst du mehr Feldforschung. Cool. Ich hätte mitgemacht, wenn ich Flamia noch gebraucht hätte. Aber ich habe Flamia. Dann, wie geht das hier nochmal? Wir gehen hier hin. Dann gehen wir online. Okay. Community ist das Einzige, was noch kein Geld kostet. Ja, aber du kannst Geld ausgeben bei Community Day und kriegst extra Feldforschung. Und somit eine höhere Wahrscheinlichkeit, Shinies zu finden und halt XP und was nicht alles. Hier heißt es Zaubertausch. Was komisch eigentlich ist, dass sie den Namen geändert haben. Und hier ist es jetzt so, dass man sogar weiterspielen kann, während es im Hintergrund läuft. Fangen wir an mit dem Porenta, was nicht shiny aussieht. Das ist übrigens, aber, dass ich das weggebe, ist eigentlich schon ein bisschen krass. Weil ich glaube, dieses Porenta habe ich aus einem Ei gekriegt. Ich glaube, dieses Shiny-Go-Galaporenta kam aus einem Ei in Pokémon Go. Was sehr selten ist. Egal! Go-Shinies zählen nicht. Für was? Heute zählen sie. Hey, wir können weiterspielen. Was machen wir? Suchen wir... Vylord in Shiny? Eier sind auch so teuer in Go. Wow, wie teuer. Kostet doch nix. Ich hatte ein Schutz-Item an. Wahrscheinlich, um die ganze Zeit zu Vylord zu gehen. Wie war das jetzt, um dieses... Vylord zu Shiny handen. Ich muss die ganze Zeit hin. Aber ich muss aus dem Haus immer wieder hin. Die Brütmaschinen, ja, die darfst du dir nicht kaufen. Das ist ja schrecklich. Aber ich will nicht die ganze Zeit... Wenn ich jetzt die ganze Zeit schaue, wie lang das läuft. Und hier ist jetzt die Frage, wie funktioniert das hier? Wenn er jetzt so lange sucht, vielleicht sucht er jetzt... Entweder der sucht so lange nach einem Pokémon, was er mir geben kann, aus der riesigen Box. Oder er wartet jetzt wirklich, bis jemand auch... Auch einfach Wundertausch macht. Er spielt so flüssig, ne? Ja, Schwert und Schild ist underrated, man. Immer, Schwert und Schild ist so kacke. Die Bäume, bla bla bla. Schwert und Schild war eins der Besten, ey. Danke, Mac, für nix. Viel Spaß mit einem sehr, sehr wertvollen... Forenter. So, einfach wieder hier, da. Zum einigen ist es umständlich auf jeden Fall, aber ich kann mich dabei bewegen. Ein Schildquab aus Go, wie auch immer ich das gefunden habe. Okay. Welches Item hat Wulpix? Warum ist dir das wichtig, hä? Wie geil sich Starmys Cry anhört. Lululululit. Jetzt hat er keinen Sound gemacht. Warum sollte das Wulpix einen Meisterball haben? Schau, wie lang das dauert. Okay. Habe ich Neon Cubix gedankt für eigentlich 47 Monate? Ich glaube nicht. Dankeschön. Dick da. Wenn irgendjemand von mir einen Shiny kriegt, schreit. Oder wenn ich von euch ein langweiliges Pokémon kriege, schreit. Ich finde, das ist das Interessante daran. Dann können wir nachvollziehen, ob es hier auch eine Box ist, aus der man einfach was rausholt und reintut. Oder ob man hier tatsächlich eine Verbindung sucht mit jemandem. Weil jetzt ging es schneller. Warum sollte es jetzt schneller gehen, wenn es einfach nur auf die Box zugreift? Yasin! Kabuto! Du hast das Schwert und Schild DLC noch nie gespielt. Lohnt es sich da reinzuschauen. Ähm. Ich finde die beiden, vor allem das zweite DLC von Schwert und Schild ist sehr gut. Wegen den Dünner-Abenteuern. Aber das erste ist auch okay. Vor allem wegen der Dünner-Suppe, die du dann machen kannst. Viel Spaß, Dave. Ich streame bald auch weiter Final Fantasy. Ich weiß noch nicht, ob heute schon. Aber bald. J-Gamer auch mit Tier 3. Hallo, J-Gamer. Dankeschön für sechs Monate. Tier 3. Verrückt. Verrückt. Noch ein uninteressantes Mon. Es tut mir leid. Wird irgendwas Interessantes passieren. Dann kann man sich nur ein Popo kriegen. Wahrscheinlich dann sofort. Irgendwas Besonderes. Ein Shiny. 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 Weil ich kann mir da den Home, die Pokémon noch ein bisschen genauer anschauen. So haben die zufällig perfekte IVs oder sowas. Irgendein Item. Wobei das Item ist weg, sobald ich es auf Home. Aber ich kann es anschauen. Bevor ich es auf Home tue. Dann ist das Item noch da. Kann ich irgendwie die Zeit hier nutzen, wo ich rum... Ah ja, ich könnte... Oder muss ich Raids machen? Wenn ich jetzt schon Raids gemacht hätte, dann könnte ich jetzt die Dünner... Pilze abfarmen. Ich kann nicht wirklich was... Ich kann nicht wirklich was machen. Hätte mit mehr Shinies und Legis gerechnet? Ja, alle Leute sagen immer, sie kriegen Wundertau ständig Shinies und ich krieg da halt nie was. Auch damals, als ich hier unbedingt eins wollte, um irgendwas zu testen, haben wir, glaube ich, eine Stunde lang getauscht, bevor ich eins kam. Bevor ich eins bekam. Bekommte? Ich glaube, die ganzen Shiny-Bots sind raus aus den alten Spielen. Und wer hier noch Wundertausch macht, ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum man das hier machen sollte. Aber es gibt anscheinend noch welche. Krabbi, auch ein geiler Sound. Aber nicht immer machen sie einen Sound, wenn sie erscheinen. Stami, gib mir deinen geilen Sound. Alles Wunderlock-Spieler, alle. In Ultramund sind noch einige wenige aktiv und Haudi-Partner. Hallo, Devos. Du hast gerade einen Kapuriki gekriegt in der Ultrasonne. Oder hier, in Schwert und Schild. Ja, ich will auch mal. Ich will auch was kriegen. Wie lange ich allein suche. Hast du die Titanen-Kapo für dich alleine eigentlich noch privat gespielt oder gar nicht mehr? Die, du meinst... Ja, klar, hab ich... Ich hab alle. Ich hab alle. Von Glurak bis Turtok. Alle einmal durch. Leider nicht alle im exakt gleichen Ball. Die ersten vier oder sowas hatte ich noch nicht im Luxusball gefangen. Das bereue ich ein bisschen. Aber ansonsten habe ich sie alle, ja. Ich will doch nicht irgendwann später es bereuen, dass ich... ...die nicht habe. Scheißbots. Ich will gerade einen Bot, dass einfach irgendwas hier passiert. Aber wenn du das gerade gemacht hast, warum machst du noch Wundertausch in Schwert und Schild? Shiny-Glurak! Shiny-Glurak von PokéGents.com! Man muss doch nur darüber reden. Ja! Geht doch! Okay, eins. Ich weiß nicht bei dem wievielten Shiny wir sind, aber wir haben ein Fake-Shiny schon zurückbekommen. PokéGents.com Level 100 heißt es sogar, oder? Ah ne, die haben Level daneben stehen. Kann ich die mir hier anschauen? Oh Gott, zum Glück habe ich es gerade nicht geschickt. Äh, Giga, Meisterball, alles, Ivi, Ivi, äh, kann ich hier? Ne, hier geht's nicht. Äh, Großbrand natürlich, Antikraft, Feuerwirbel, Inferno, Drachenrute. Hm. Hortleiterin, robust, aus nem Ei geschlüpft. Und, mhm, und, kann ich die, kann ich die nicht anschauen, hä? Ich kann die hier gerade nicht anschauen. Ich will die, will die, will die Bänder anschauen. Geht nicht. Okay, aber auch wahrscheinlich alle Bänder, die man in dem Spiel holen kann. Er hätte ihm noch mehr geben können. PokéGents, komm schon. Bisschen mehr anstrengen, bitte. Aber fünf sind's. A drücken habe ich gemacht, es hat nix gemacht. Vielleicht muss ich, ich war ja im Wundertausch-Menü. Da geht's vielleicht nicht. Warum bewege ich mich? Ich bleib mal hier stehen. Wir schauen auf das Vylord in der Ferne, dass ich irgendwann shiny handen werde. Hm, 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 hm. Warum verschickst du Shinies? Für Content. Was für Content? Dieser Content, den du gerade anschaust. Warum schaust du Content, den du anscheinend nicht magst? Nichts anderes hätte man erwarten sollen. In BDSP haben wir nur unsere eigenen Shinies zurückgekriegt. Für only Shinies, genau. Vielleicht findet er mich ganz cute. Nice. So ein Zuschauer also. Nächste Shiny Velour sie. Mach mal hier, dann seh ich's besser. Gott, ich lieb so viel an Schwert und Schild. Allein wie das Menü funktioniert. Es kam jetzt hier im Probe, hat viele Sachen noch besser gemacht. Wie man die Karte aufruft und sowas. Ich muss nicht extra ins Menü und so weiter. Aber allein wie ich hier die Pokémon anschauen kann, wie alles auch aussieht und sowas. Es ist alles so viel einfacher und simpler und einfacher und simpler und einfacher. Warum guckt der mich an? Warum siehst du genauso aus wie ich? Bist du das gleiche wie ich? Ne, wir haben andere Frisuren. Das ging schnell. Vielleicht wieder ein wunderschöner Bot. Ich muss an der Stelle erwähnen, dass ich alles daran hasse, dass die Starter Shiny lockt sind in Schwert und Schild. Das ist seit Schwert und Schild gang und gäbe, ja. Das wird auch, kann ich dir ziemlich versprechen, für immer so bleiben. Leider, leider. Shiny Roselia. Ab damit. Schwert und Schild sind super Spiele. Ich finde auch, vor allem für jemanden wie mich, der keinen Wert auf Story legt. Ich verstehe, dass die Leute die Story langweilig finden. So, wo, welche Story? Ja, haha. Aber mir war Story schon immer egal. Einfach Gameplay-technisch. Wie man Shiny hantet. Breeden. Wie man sich fortbewegt. Super. Kripuk. Wenigstens mal ein cooles Pokémon. 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 Frank. Wolf. Danke, Frank Wolf. Frank Wolf. Der gute alte Frank Wolf. Next. Nächst ist Roselia. Bye, Cynthia. Ist das nur Superman, was? Frank Wolf? Frankie? Oh, Frankie! Nein, schade. Du brühtest Shiny Memeion. Warum gehst du dafür auf Route 5 hin und her? Ist doch wohl umständlich auf Route 5, das zu machen. Oder ist Route 5 die Brücke? Ne, oder? Ist doch viel später. Shiny Memeion ist gut. Das Beste von den drei. Intellion. Oder Römer dann Rose. Dein OT ist Frankie. Irgendjemand von euch muss noch ein Shiny von mir in diesem Spiel kriegen. In jedem Spiel kriegt jemand von mir ein Shiny. Oder 5 das Pokémon Horde? Ah, okay. Ja, dann. Ich dachte gerade. Hallo, Wanderer. Frankie, du solltest mitmachen beim Shiny Eggman und deine Manafie Challenge anfangen. Deine 100 Eier ausbrüten. Ich habe jetzt 4 und ich schicke die 4 die ganze Zeit hin und her. Mehr habe ich keinen Bock. Also ich hätte Bock auf mehr natürlich, aber der Umstand für mehr ist halt so viel höher. Manchmal dauert es so lang jetzt. Komm, geben wir was Cooles. Kribok war cool. Wie wäre es mit einem Reggie? Oder mit einem Ritter der Redlichkeit? Oder Relaxo? Dein OT ist Julius. Okay. Sagen wir unsere OT ist. Wir sind hier Relaxo aus Frankreich. Genannt Ronflex. Heißt es wirklich Ronflex auf Französisch? Relaxo? Rofle? Ronflex? Äh, was? Cheutle? Eldegross? Eldegoss? Das stimmt wahrscheinlich Englisch. Eldegoss? Kabuto? Taupiquir? Was? Taupiquir? Auf Französisch? Ist Dick da? Wahrscheinlich. Nächstes Roselia. Gott, dauert es hier lang. Irgendwie scheint da jemand Streamtime haben zu wollen. Was? Wenn jemand in der Zeit auf mein Kind aufpasst, außer meine Frau oder meine Spiegelmutter, dann gerne. Los. Happens. Finde die Adresse von Frankie raus. Fahr hin und pass auf sein Kind auf. Frankie muss shiny breiten. Okay. So viele mit Pokeros. Ich will was mit... Hab ich eins mit Pokeros gehabt? Ne, oder? Ich will ein Pokeros haben. Hatte ich einen mit Pokeros? Ja, das war das Gluglutexo wahrscheinlich. Äh, Gluglurak. Was man hier gar nicht sieht. Wo hast du... Wo? Was? Oh! Espeon und Vela haben Virus. Espeon ist geheilt und Vela hat aktiven Virus. Äh, Pokeros. Habe ich hier nicht den Richter? Ich muss hier doch einen Richter haben. Warum kann ich keinen Richter aufrufen? Aber das scheint echt zu sein. Vela. Routenschlag. Spaßkanone. Ich glaube nicht, dass es besonders... ...stark ist. Jota. Pokeros. Level 1. Aber Level 1 mit Pokeros? Ne, geht schon, aber... Hm. Und Espeon? Black... Black Huevos. Sind Huevos nicht Eier? Black Huevos. Ähm. Route 4. Level 19. Scheint auch wie ein Psyaner, was einfach gefangen wurde. Aber mit einem kurierten Pokeros. Interesting. Aber dem Glurak wollten sie keinen Pokeros geben. Poké Gents ist echt ein bisschen mies, miesricht. Ne, also die, die, die könnten so vieles tun und tun es nicht. Unglaublich. Okay. Weiter. Flammer, die Hälfte oder so. Den Pokros habe ich aus meinem Schwert und Schild ausgemerzt. Wie meinst du das? Habe in Schild noch 2500 Eier, immer noch kein Shiny Remorate bekommen. Musste ich, musste mich dann damit abfinden, dass mein Spiel verbuggt sein muss. Habe dann BDSP gestartet und es kamen noch 75 Eiern. Dein Spiel ist nicht verbuggt, nur weil nach 2500 Eiern noch kein Shiny gekommen ist, Dödlinge. Ich habe schon Eier gebrütet, nach 8000 kam noch kein Shiny. Oder nach 8000 kam es dann endlich. Eure Spiele sind nicht verbuggt, nur weil ihr Pech habt. Aber ist auch nice, dass du es dann in 75 Eiern gekriegt hast. Aber Remorate kannst du auch ganz einfach Shiny fangen. Du musst nicht unbedingt brüten. Aber wenn dir Brüten Spaß macht. Das ist auf wenigstens mal ein Glumander, okay. Jetzt hier ein wunderschönes Shiny Simsala. Das muss doch viel hergeben. Ich lade mein Karma gerade so krass auf. Und was kriege ich die ganze Zeit? Nix. Du hast ja in Pokerus komplett freigelassen. Warum machst du das? Pokémon mit Pokerus sind seltener und wertvoller als Shinies. Wertvoller ist natürlich in Betracht, aber die sind seltener. 1 zu 64.000. Und dass du ein Pokémon findest mit Pokerus. Speed Shiny Shiggy. Was ist ein Speed Shiny Shiggy? Das SSS, das Speed Shiny Shiggy. Ein Mimikyu. Das erinnert mich, wie ich Taurus encountert hab und ewig kein Shiny kam. Und mein Galegadi hatte danach Pokerus. Ja. Packt euer Pokémon mit Pokerus sofort in eine Bank. Also im PC und fasst es nicht an. Dann wird es nie geheilt vom Pokerus. Vielleicht werdet ihr irgendwann Pokerus brauchen und seid glücklich, dass ihr eins habt mit Pokerus. Du wolltest den Schwert und Schild ein Isso brüten, kam dann am Ende Shiny wohl ihn genau raus. Beim ersten Eil direkt Shiny. Weil du nicht das... Wie heißt das? Sehrauch. Braucht man Sehrauch? Ich glaube es ist Sehrauch. Weil du keinen Sehrauch benutzt hast. Aber... Schade. Schrägrauch? Schrägrauch. Hallo Maximal. Gut. Das ist ein Shiny Knapfel von PokémonRay.com. Äh... Okay. Shiny Galar Lavados. Bloody Cod. Hast du gekriegt, oder was? Wo? Hier? Ich will ein Shiny Galar Lavados. Fähigkeitspflaster. Die gab es hier schon. Krass. Fähigkeitspflaster. Im Luxusball. Wahrscheinlich volle IVs. Panzerschützen Erstauner. Okay, da hat sich jemand keine Mühe gegeben. Es ist auch nur Level 5. Es ist auf Route 5 gefangen. Ist aus dem Ei geschlüpft. Und trägt keine Bänder. Okay. PokémonRay gibt sich null Mühe. Null Mühe. Also wahrscheinlich gerade mal die IVs auf Max gebracht. Wenn überhaupt. Nicht aufgelevelt. Keine besonderen Attacken gegeben. Keine Bänder gegeben. Nur Shiny. Okay. Zwei. Zwei Shinies von... Meine Ahnung, wo wir sind. 60? Ne. Noch nicht mal 50. Äh, 40. Porygon. Porygon. Bim, 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 bim. Da ist ein Shiny Mameon gekriegt. Von Ray the Shop. Moment, hat der gleiche Shop mehrere URLs? Wahrscheinlich. Pokémon Ray und Ray the Shop. Von PokeGens hast du... Oh, Galalavados hätte ich jetzt gleich gern. Das wäre... Das wäre cool zu kriegen. Ich weiß, dass die alle Fake sind. Aber... Wenn ich schon... Aber, aber, aber... Was passiert denn eigentlich... Mit den Pokémon, die diese Bots kriegen? Sagt mir nicht, die löschen die. Wenn jetzt hier PokeGens.com... Mein Shiny, was war das, Simsala gekriegt hat. Was passiert mit meinem Shiny Simsala dann? Wird überschrieben? Nein. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Wie sollen die denn überschrieben werden? Ist Safe tot? Die werden safe geedited. Ich weiß nicht, wie viel da ein Mensch dransitzt und das alles kontrolliert. Klar, irgendjemand muss da sitzen und erstmal alle kreieren. Mit ein paar Knopf drücken. Maus drücken. Aber ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass jemand sich die Mühe gibt und dann sagt, Hey, das haben wir gerade gekriegt. Machen wir das zu einem Shiny und schicken es weiter. Ich glaube, die werden dann einfach mit einer Hotkey... ...Aktion einfach alle freigelassen, die man kriegt. Okay. Nein. Reislaus ist jetzt nicht so der Brüller. Wimpot. Pupanze, Pupanze. War das von Natsu? Dann ist es natürlich der Brüller. Angel, habe ich wieder deinen Reislaus gekriegt? Was verschickst du für Pokémon? Reislaus. War das deins? Das arbeitet jetzt für die und erstellt neue Shinies. Pupanze, Pupanze. Hallo Tim. Was haben die davon? Werbung. Also genau, du gehst auf deren Website. Und auf deren Website läuft zum Beispiel Werbung. Das heißt, die kriegen allein schon Geld, weil du deren Website betrittst. Wahrscheinlich. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf so einer Website. Vielleicht einmal, um zu gucken oder sowas. Und ja, es gibt dann auch Services, die verkaufen. Und all das, was du hier siehst, ist einfach nur, um dich geil zu machen. Wir hatten schon Leute hier, die hunderte von Euro ausgegeben haben, weil sie dachten, sie kriegen echte, echte Shinies. Einer hatte alle Shinies in Home gekriegt, über eine Facebook-Anzeige. Und hat dafür 300 Euro gezahlt oder sowas. Und er war dann hier so erschüttert, als wir ihm gesagt haben, hey, du weißt schon, die sind gecheatet. Ich meine, selbst wenn sie nicht gecheatet wären, sie wären ja alle trotzdem nicht deine. Also, es ist... He was never seen again. Ja. Ein Duar... Du... Du... Duokless. Ha, Porygon, das war nicht meins. Hab nur weiter getauscht. Ah, okay. Aber wer war... Wir wurden gerade verknüpft. Ich hab zwar nicht deins gekriegt, aber ich... Hab etwas von dir gekriegt. Keiner darf über Home gebannt werden. Das ist immer schwer zu sagen. War das nicht Mariko, die sogar mal gebannt wurde? Irgendjemand war doch hier. Die Person wurde gebannt auf Home. Es wurde aber nach einem Monat oder sowas wieder rückgängig gemacht. Und wir wissen nicht warum. In der Regel wirst du nicht gebannt, solange du nicht die bei irgendwelchen Turnieren einsetzt. Oder halt bei irgendwelchen offiziellen... Ja, Turnieren, Events von Pokémon. Solange die nur auf Home sind. Heißt es ja nicht, dass du sie erstellt hast. Dass du der... Böse, böse Mensch bist. Stolos. Stolos, nicht Stolos. Stolos. Solche tollen Pokémon verschicke ich hier. Wenn man dieses... Ein Shiny Dragoran! Schwert und Schild gönnt. Von PokeGents.com Ey! Wer hätte es gedacht. Vielleicht baue ich mein Karma gerade aber so krass auf, dass ich vielleicht noch ein echtes Shiny kriege. Dragoran! Kein Pokerus. Es sieht trainiert aus. Es hat Attacken, die sogar Sinn ergeben. Herkunft Linktausch. Was heißt es? Herkunft Linktausch. Okay. Und Bänder. Turmmeister. Meisterrang. Zutraulichkeit. Fleißband. Ey, es gibt noch so viel mehr. Man könnte sich noch so viel mehr Mühe geben. Okay. Das war das Fangdatum. Es steht doch hier nicht, oder? Also es steht nicht, wenn da Linktausch steht, oder? Also der hier. Was wollten wir bei dem schauen? Ja, das sind die gleichen Bänder. Fortleiterin. Sechster, Neunter. Also zwölfter, achtter, zwanzig, zwanzig, geschlüpft. Und das Dragoran. Wahrscheinlich auch. 15.05.22. Geschlüpft. Ah, ist auch geschlüpft. Aber Linktausch. Geschlüpft auf Route 5. Herkunft Linktausch. Das checke ich nicht so ganz. Das heißt, selbst Poké Gents hat es nicht kreiert, sondern nur rübergetauscht gekriegt. Das Glurak ist nicht vom Linktausch. Egal. Ist Linktausch nicht, wenn du In-Game-Trades machst? Ja, eben. Aber wenn Poké Gents die Pokémon kreiert, warum ist es dann vom Linktausch? Deine Facecam vergibt es. Ja, ja, ja. So, wir sind bei den letzten sieben Seemobs. Ich glaube eher, dass Poké Gents intern ganz viele Accounts hat. Manchmal müssen sie halt dann Pokémon hin und her tauschen und entsteht automatisch dieses von Linktausch erhalten. Dein Porygon stammt aus Spanien. Hast du das mal ertauscht? Oh, das kann sein, dass das gar nicht meins war. Kann sein, dass das eins aus dem Wundertausch mal war. Smoky? Smoky? Dann haben wir Seemobs. Was, Angel, was? Hast du was gekriegt von mir? Poké Gems nimmt vorhandene und pimpt die, damit sie halbwegs legit aussehen. Glaubst du? Es ist aber nicht viel aufwendiger, sie einfach zu kreieren aus dem Nichts. Es ist genauso einfach, die legit aussehen zu lassen. Musikauswahl sehr gut. Oh, vielen Dank. Gibt es Pokerus auch in Kapu? Nein, Pokerus wurde mit Gen 9 abgeschafft. Warum, wissen wir nicht. Ich glaube, dass sie nicht an Corona erinnern wollten. Und quasi sowas wie ein Virus, wie Pokerus, jetzt zu negativ ist. Deswegen haben sie Pokerus abgeschafft. Ein anderes Argument wäre, man braucht es nicht mehr, weil man sowieso so einfach jetzt IV und EV trainen kann. Aber ich finde, Pokerus war nichts, was man mal eben machen konnte mit 1 zu 64.000. Deswegen, ich glaube, es ist wirklich Corona dran schuld, dass der Pokerus abgeschafft wurde. Ich habe ein Video dafür geschrieben, was ich irgendwann aufnehmen will, was der Pokerus ist und sowas. Das mit Corona glaube ich nicht. Gibt es doch Autokampf für. Was hat denn Autokampf mit alledem zu tun? Was war das? Ein Kapu-Toro, das habe ich noch nicht. Nice. Ne, dass das Porygon auch aus dem Tausch ist, wollte doch mit deinem Namen. Ach, du hast, du hast, du hast meinen Porygon gekriegt. Kannst du einen Screenshot machen, Angel? Kannst mir wieder einen Screenshot schicken? Das tut mir leid, dann hast du jetzt das eine gekriegt, was nicht ursprünglich von mir ist. Aber wir haben gerade ein Kapu-Toro gekriegt. Das ist jetzt das vierte. Also Schwert und Schild ist wirklich übersät mit Fake-Shinies. Dünner Riesennest. Keine Bänder. Random. Wie die ihre Pokémon modden. Ich hatte noch nie Pokerus. Ich auch nicht. Kapu-Toro auch erstes Lergy. Von hier Zaubertausch, ja. Was soll das Kapu eigentlich darstellen? Ein Stier. Es heißt Kapu-Toro. Ein Video über den Pokerus wäre sauinteressant. Ja, irgendwann. Es war immer andere Videos logischer. Das war einfach unnötige XP. Kann man in Gen 9 auch per Autokampf bekommen? Ich glaube, du weißt nicht, was Pokerus ist. Pokerus hat hat Pokerus? Kriegt man mit Pokerus mehr XP? Du meinst EVs. Aber habe ich ja gesagt. Aber das macht trotzdem keinen Sinn, deswegen Pokerus abzuschaffen. Dass du ein Pokémon findest mit Pokerus ist so unwahrscheinlich. warum sollte man es abschaffen? Dann hätte man es schon immer abschaffen sollen. Danke, Evoli. Angel. Natsu. Aber ja, das ist meins, das war meins schon. Ja, 0-1 Boutique. Da war ich mir nie sicher. Das hatte ich, glaube ich, auch mal per Wundertausch gekriegt und 0-1 Boutique war ich mir halt nie sicher, ob das wahrscheinlich auch irgendein Fake. Aber es war halt aus Pokémon Go. Das dachte ich mir, Fake, gecheatete Mons aus Pokémon Go? 0-1 Boutique? Dann habe ich es halt nicht freigelassen, weil ich mir nie so sicher war. Jetzt hast du es. Du kannst damit machen, was du willst. Ich will auch die Galarvögel in Shiny. Dann hättest du vor ein paar Jahren da mitmachen müssen. Oder du setzt dich jetzt hier in den Zaubertausch und hoffst so lang, bis du ein gecheatetes findest. Pokerus ist das, was heute eine Minze ist, oder? Nein! Hä? Eine Minze? Wenn du ein Pokémon in der Wildnis antriffst, besteht die Chance von 1 zu 64.000, dass dieses wilde Pokémon den Pokerus hat. Ey, wo? Triffst du ein Pokémon mit Pokerus in der Wildnis, wird dein Pokémon, das gegen das wilde Pokémon kämpft, den Pokerus bekommen. Hat dein Pokémon den Pokerus? Steigen die EVs von diesem Pokémon, ich glaube, doppelt so schnell. Ein Pokerus hält 1 bis 6 echte Tage. Also schon nach einem Tag kann der Pokerus wieder weg sein. Oder maximal 6 Tage oder 5 Tage, glaube ich. Was wie ein Machtband? Könnte sagen, so wie ein Machtband, ja, aber halt für alles. Für alle EVs, nicht nur für ein spezielles EV. wie. In der Zeit, in dem dein Pokémon den Pokerus hat, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass alle Teammitglieder neben dem Pokémon im Team, also nicht zwei daneben, sondern wirklich neben dem Pokémon, das den Virus hat, daneben, zum Beispiel, wenn dein Pokerus in der Mitte ist, eins drüber und eins drunter, kriegt er mit der Wahrscheinlichkeit 1 zu 5 oder sowas, nach jedem Kampf den Pokerus. Also so kriegt dann dein Team sehr schnell, das können wir gleich mal testen mit meinem Pokerus, was ich hier habe jetzt, kriegt sehr schnell dein ganzes Himmel Pokerus. Solange der Pokerus aktiv ist, solange er halt nicht verheilt ist, mit einem Tag bis fünf Tag und so, wenn der Pokerus verheilt ist, kann er nicht mehr weitergegeben werden, das ist dann das Virus-Symbol ohne die Kronen, ohne die Stubbel. Aber der Effekt von wegen Doppel-Ti-Vs und sowas geht immer noch. Und so, deswegen, wenn du eins mit Pokerus findest, packst du das in die Bank, in den PC und holst es immer nur ganz kurz raus, um andere zu infizieren, die du halt trainieren möchtest und packst es dann ganz schnell wieder zurück in den PC, weil in den PC vergeht keine Zeit und somit hat dieses Pokémon im PC für immer den Pokerus. Wir haben es fast. Also damals war der Pokerus halt so eine schöne Sache, wenn du sie mit der krass Unwahrscheinlichkeit bekommst, kannst du es halt super gut benutzen, um dann deine Pokémon schneller EV zu trainieren, was halt in alten Gens noch sehr hilfreich war, weil du da halt sowas wie Battle Tower machen wolltest und wenn du dann halt schnell EV trainieren kannst, ist es halt sehr, sehr cool. Deswegen, heute, ich glaube es wird abgeschafft wegen Corona, viele sagen es wurde abgeschafft, weil es keinen Sinn mehr macht, da sage ich aber, der Pokerus hat schon immer keinen Sinn gemacht, weil die Wahrscheinlichkeit 1 zu 64.000 war. Es war so unwahrscheinlich den Pokerus zu bekommen, dass es sowieso nur eine lustige kleine Sache war. Keiner, keiner, der irgendwie trainiert hat, hat aktiv nach einem Pokerus gesucht. Das war eine schöne Sache, die vielleicht passiert. deswegen, ich glaube, es macht doch auch Sinn. Es ist ein Kinderspiel, Nintendo ist familienfreundlich, ein riesiger tödlicher Virus ist durch die Welt gegangen, natürlich stellen sie den Pokerus ein. Natürlich. Wenn du alles auf dem Pokémon haben willst, ja, dann hast du halt alle Bänder, alle Bänder, Pokerus, alle EVs, die seltensten Attacken, die es haben kann. Alles halt. Aber das war's. Das waren 25 Pokémon in Schwert und Schild und wir haben sogar vier Shinies bekommen. Wir haben hier Wulpix, Chewmeister, Wood und hier das erste, ein Gigaglurak und dann nicht viel später kam ein schönes Krüppuk und dann nicht viel später kam ein Knapfel. Keins von denen ist von euch oder so, oder? Dann ein Dragoran und noch ein Kapu Toro. Tatsächlich vier Fake Shinies dafür, dass ich 25 echte Shinies verschickt habe. Okay, bevor wir das verschicken, muss ich tatsächlich den Meisterball aber wegnehmen, oder? Wir müssen doch irgendwas davon haben. Was? Der hat gar keins. Dragoran hat nicht mal einen Meisterball. Was machen die? So random. Fähigkeitplaster. Kabutoro. Okay. Das war Shed und Schild. Ich glaube Pokemon Home kann ich halt nicht wirklich mit euch machen. Aber ich hätte Pokemon Home eigentlich starten sollen. Bevor wir angefangen haben, damit wir zusammen die Ausbeute anschauen können. Nicht dran gedacht. Naus war von Natsu? Nope. Nicht von Natsu. Ich kann auch Android. Das geht nicht um Stream. Das ist mir kackegal. Das mache ich einfach so. Aber Wundertausch in Home funktioniert anders. Da muss man echt Zeit 6 Stunden warten. 1 Stunde? 24 Stunden? Wundertausch in Home funktioniert nicht instant. Dafür kann ich 10 auf einmal schicken. Aber ich mache es jetzt. Ich mache es. Ich packe kurz 25 rein. Aber zuerst sollte ich wirklich die, die ich noch verschicken will, hier rein tun. Damit ich jetzt nicht die falschen verschicke. Man kann auch Android übertragen. Hab dein Evoli bekommen. Weiß ja auch nicht, wie man ein Bild verschickt. Du hast mein Evoli bekommen. Ernsthaft? Du weißt nicht, wie man ein Bild verschickt. Dann kann ich dich nicht im Video zeigen, wie du es gekriegt hast. Keine Ahnung, mach mit deinem Handy ein Bild und schick das Bild in unseren Discord. Du solltest nicht Kapu starten? das ist wohl korrekt. Kannst auch mal schauen, wie weit du ein Pokémon über GTS hoch traden kannst. Also du fängst mit Lost Cloud an und versuchst ein Shiny Legend zu bekommen. Das hab ich schon mal gemacht. Hab ich darüber ein Video gemacht? Ich glaub schon. Nee, ich hab für ein Video das gemacht. Ich hab mit einem Pokémon angefangen und hab dann so lang immer wieder das gleiche reingeschickt bis ein Shiny kam und das war bei Kapu hat es bei mir eine Stunde gedauert tatsächlich. So hier dann hier so wir sollten noch genug haben. Ich hatte glaub ich mal gezählt und ich hatte über 100 Go Shinies. So wir tun gleich mal wieder zwei Evolis rein. Achso die sind aus Go äh die sind aus die hätte ich grad reintun sollen die haben Düner ah shit Okay wir nehmen erstmal die beiden Macholo geht nicht das war mein Fehler aber das kann man in Home benutzen Rex Blizzard Dieses Rex Blizzard aus Go habe ich tatsächlich einfach so in der Wildnis das war kein Community Ding einfach das hat mich auch geflasht dann die da die da das sind schöne das Libelle und Metacross sind shiny come on aber jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr gering wenn ihr mitmacht weil Kapu spielen halt noch echt viele Feo Leta King Girafarik soll ich die ganzen Duodinos nehmen das ist jetzt schon viel irgendwas cooleres die beiden sind cooler Barshwa Fifi Yen okay ich habe echt genug Raichu Raichu ist aber nicht von mir so sind echt viele einfach ne also ja ich habe noch genug danke danke game boss lasst sehen da evoli von leos mind du hast es tatsächlich bekommen nice natürlich alles ins video rein weil das finde ich cool irgendwie ich mache Wundertausch schon ihr kriegt tatsächlich welche hallo selet henriette mit den 42 monaten henriette 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 und ich muss jedes einzelne antippen um zu schauen ob es home ist ok ich muss die die ich in ich muss die die ich in home tauschen will in eine eigene box tun damit ich weiß wo die sind sonst dauert es viel zu lang henriette hier ist dein tier 2 sub dankeschön 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 groben tauschen auf haum ist auch immer wild ja ich habe es noch nie gemacht ich fand es schon ist ja fast logisch dass da leute einfach nur angeben ne lange zeit schöne lange zeit dankeschön so wie sortieren wir die man könnte ja denken dass wenn man home auswählt dass man dann die komplette breite hat um die boxen zu sortieren aber nein sie benutzen einfach den rechten platz um da hinzuschreiben wie viele pokémon man hat danke so ich muss kurz sortieren aber ich schicke da jetzt die alle rein das sind schon mal einige ich mache hier einfach hier so eine leere box das heißt ich müsste doch checken welche das sind sollen wir diese beiden ewolis da auch reintun aber die sind giga die sind eben noch cooler als die anderen dann hier haben wir ein macholo hier haben wir die ganzen ich wüsste ja so gerne was mein spirit pokémon ist aber ich habe keine möglichkeit es zu aktivieren du bist der erste der das sagt aber wenn ich da jetzt drücke dann drückt ihr das alle na gut ich habe es gar nicht vermisst irgendwie und schon geht es los die papier verschwendung ich würde jetzt sagen oh nein ich werde alles wieder sortieren müssen hier aber ich freue mich darauf hört auf so das war es das sind 25 1 2 3 4 5 ok die alle also nach den vivillons die alle darf ich in home jetzt verschicken das sind dann nochmal 25 ah erster du warst du warst erster 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 gauch in kaputt direkt shiny von irgendeiner seite erster tausch in kapu direkt shiny von irgendeiner seite so ist das ja ich zeig dir gleich wie lange ich brauchen werde ok jetzt kann ich nein nein hey switch sei schneller hat jemand das also ich ja nicht aber hat jemand das event verfolgt 151 shinies fangen von daloo das fette event wo ich auch mitgemacht hätte wenn ich da gewesen her und jetzt war ich nicht da dachte hey wenigstens bin ich im urlaub aber nein ich lag auf einer couch und abgekotzt war mega spannend menu hallo lady war das spannend war es denn knapp ich meine sie haben doch sogar ein Mew gefunden in smaragd oder? haben sie nicht sogar ein Mew gefunden? Mew hat gefehlt ah ok also ich kann jetzt hier in der wunderbox ne hier in pokemon home in der wunderbox kann ich jetzt schon mal 10 reinlegen ich glaube ich weiß ja nicht wie lange das dauert bis die 10 tatsächlich umgetauscht werden so wo ist jetzt meine box gott kann habe ich viele shinies oh oh hier das sollten sie sein ok bin verwirrt das können sie nicht sein hä ne ich bin da nicht so durch hier wo hier das sind die 25 ok hier sind die 25 so mittendrin in der Mitte 25 direkt in der Mitte die ich jetzt verschicken werde also 10 Stück zumindest schon mal ablegen ablegen komm 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 alter lädt der lang da die 10 und jetzt muss man warten bis sie tatsächlich ausgetauscht werden ne weiß jemand wie lange das dauert ich dachte immer das dauert ich glaube nicht dass es 24 Stunden sind aber es dauert glaube ich schon ich dachte immer es dauert schon so 6 Stunden Mew war eine Karte nur als Karte vom TCG achso gib dich zur Akademie nein wir machen was geiles da sind sie ich glaube das ist die beste Furi die wir jetzt verschicken ich meine Rihornio Rex Bizar Gekabor äh Egevaldro Libeldra Metagross Leta King Geowatz hallo Barschwar das sind alles nur Killermons hier und was werde ich dafür kriegen was ist mein Karma ist die alles Go ja trotzdem alle legit gefangen warum heißt es nicht mehr Wundertausch Wundertausch klingt doch viel cooler als Zaubertausch war da gerade irgendwo kein keine Nummer Rabauss hat keine Nummer weil Rabauss aber trotzdem können sie dem doch eine Nummer geben die haben denen die im DLC hinzugefügt wurden keine Nummer gegeben wahrscheinlich wenn ich im DLC stehe dann haben sie die Nummer vom DLC doof du hast gerade 10 Sterne in den Zaubertausch reingetan weh ich kriege einen Stern du für meine schönen Shinies komm wir gehen irgendwo anders hin hier können wir tatsächlich währenddessen was machen wo sollten wir am ehesten nach was suchen was sind denn hier für Dinge Pamo Carpador ähm Frospinho Austaus das brauchen wir alles nicht ich glaube einfach rum du kannst dein Shiny Mew nicht auf Pokémon Home übertragen woher ist denn dein Shiny Mew woher ist das verschicke auch paar Hopplos vielleicht bekomme ich ja was von dir gleich kriege ich so viele Sterndus und Hopplos Miauzi Mauzi Alola Mauzi nicht Shiny Alola Mauzi und Shiny sieht super schön aus liebe ich Flank ich könnte auch eure Zettel zeigen das ist doch eine viel bessere Zeitverschwendung äh da 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 oh lala Mauri du bist ein Magianer du weißt schon dass man bekommt wenn man den Living Decks hat Magianer ich habe übrigens die Shininess gefixt gefixt jetzt ich weiß woran es lag das Symbol für Shiny lag an einem anderen Ort nachdem ich meinen PC neu aufgesetzt hatte dieser Sam nicht Shiny Thorax du bist ein äh ein äh wie heißt es der kleine Hamster Biber ich kann es übrigens doch jetzt nicht machen wegen der Aufnahme Nagelotz genau Rihornio kriegt jemand von euch Rihornio am Strand von dem Milas Haus was ist da soll ich da rumlaufen wo ist dem Milas Haus dem Mila hat doch gar kein Haus wo ist oh muss weiter drücken ne Mila ups das ist der Zauberstück schon vorbei weil ich so lange gewartet habe das ist da wo du ein Schade bekommst das ist nicht Ne Milas Haus das ist das Haus von unserem von unserem äh Schulleiter oder steht da noch ein anderes Haus Ne Mila wohnt doch gar nicht da wo wir wohnen Nein Nein Ne Milas Haus was okay Ne Milas Haus ist das da das ist mein Haus das ist das Haus vom 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 Schuldirektor was was ist Ne Milas Haus der Leuchtturm das ist Ne Milas Haus was wieso Schuldirektor da wohnt sie das ist doch das Haus vom Schuldirektor das ist doch nicht das Haus von was warum sollte die in so einem fetten Haus wohnen nachher weil die Rich ist kann ich da wo ich rein ich kann da rein war ich da jemals drin ich war hier noch nie da ist Ne Milas Haus die Bonze ey die haben vier Angestellte so groß ist das Haus auch nicht das ist mir neu das ist Ne Milas Haus hä ja der Professor steht hier so davor und sagt so hallo hier sind drei Pokémon natürlich dachte ich als Schuldirektor hat man so ein Haus aber nein es ist Ne Milas Bonzen Haus ich hab was gelernt und das auch noch von Verox shit kann ins Haus keiner ist jemals in das Haus gegangen keine Häuser sind durchprogrammiert hier nur das fette Bonzen Haus was nicht mal einen zweiten Stock hat übrigens wobei da sind Türen Morcha wir tauschen schon seit zwei Stunden warte mal schauen Pokémon Home hat sich da was getan nein hier sind wir erst bei fünf wenn ich hier in Kamasin und Popo nix kriege aber in Schwert und Schild vier Shinies in BDSP gar nix und hier kriege ich jetzt nix das wäre krank aber wenn es so läuft wie beim ersten Mal wo ich das hier gemacht habe und einziges Mal dann kriege ich jetzt eine halbe Stunde lang gar nix und ich glaube wir hatten so ich glaube bevor ich was gekriegt habe damals waren so 40 50 habe ich versteckt du hast shiny ganger gekriegt hier hat ein Strand mit Pokémon Arena naja Pokémon Turnier fehlt jeder kann ein bisschen Kreide auf dem Boden malen vor allem schwierig Kreide auf dem Strand zu malen ich habe mein erstes Fake Shiny beim dritten Tausch bekommen ihr seid alle so cool warum kriege ich meine Fake Shinies erst nach halben Stunden ich muss mir noch die DLCs holen nur für Tanhell do it sind gute DLCs beide würde ich sagen ich muss mir noch Absol's Film dazu anschauen der nur zweieinhalb Stunden geht Quacks okay das heißt dieser fette Dalukart Spenden Stream war ein purer Erfolg ich hätte er gerne mitgemacht das heißt die Bedingung war wahrscheinlich für die Shiny Hunter sie müssen ein Gen 1 Pokémon fangen und jeder hat wahrscheinlich so eine Liste gekriegt oder hat dann abgehakt so dass die anderen wussten sie müssen das nicht mehr sich holen jeder hat quasi so einen Block zugeteilt gekriegt oder jeder vielleicht auch nur eins wenn es aber 150 Leute waren es glaube ich nicht wie viele waren dabei 30 30 Shiny Hunter oder so äh 20.000 Euro ja das habe ich gesehen ich habe gerade eins mit allen Bändern gekriegt ich kriege nichts man konnte einfach sagen ohne Zuteilung ja aber im Endeffekt müssen sie ja also damit es ja erfolgreich ist müssen sie ja sicher gehen dass nicht mehrere Leute doppelt was suchen das heißt irgendwie muss es ja schon so Brackets gegeben haben von wegen du suchst die ersten 10 du suchst die nächsten 10 du suchst die nächsten 10 natürlich kann man sagen hey ich würde gerne die machen okay der nächste die ja ne die macht man schon okay dann mache ich die bla 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 bestimmt vorher irgendwie abgesprochen sein was hätte ich gemacht das heißt was haben die meisten gemacht Let's Go oder also in Let's Go kannst du halt sicher sein egal wo du suchst du findest Gen 1 aber sonst am einfachsten am schnellsten wäre wahrscheinlich Kamsin und Popo und Legends Arceus die meisten Karpon natürlich deshalb waren auch viele schnell durch das ist halt die Freude das eine mit dem Mew ist halt cool das hätte ich gern gemacht ähm weil es die einzige Möglichkeit ist ansonsten hätte man noch sagen können man versucht in der Zeit den Mew Glitch zu schaffen inklusive GF also das was ich da weil der Glitch dauert wenn man von vorne anfängt sehr sehr lange aber wahrscheinlich wäre das nicht legit genug gewesen aber wenn man von von Anfang an den Shiny Mew Glitch macht so dass er auf Home übertragbar ist dann kann es schon dauern weil man muss also das innerhalb von was 24 Stunden schaffen ist schon es wäre es wäre gegangen es wäre eine Herausforderung gewesen es wäre nicht selbstverständlich gewesen es wäre schwieriger als den Karpon Shiny zu finden Mew Glitch war nicht zugelassen Lehm aber damit hätte man wenigstens klar Mew Glitch schon aber halt mit dem Anbetracht dass man es auch auf Home übertragen lassen machen kann wäre es dann aufwendig ich hätte wäre es noch irgendwas, gäbe es noch irgendwas hätte es noch irgendwas cooleres gegeben und das war einfach nur das Ziel oder, das Geld, die Spenden waren nicht gekoppelt daran, wie viel man findet, sondern es war einfach nur hey wir machen das, spendet wenn ihr Bock habt es war nicht sowas wie pro Shiny spenden wir 100 Euro und dann wäre es natürlich blöd zu sagen, ich suche mir das Shiny raus was am schwersten zu finden ist aber was wäre denn in den ersten 151 drin außer Mew, was nicht selbstverständlich ist zu finden Zapdos, Lavados und Arctos in Gen 1 nein Zapdos, Lavados und Arctos Shiny Alola, Gerog die zählen? Ne, die haben nicht gezählt oder? Alolas haben nicht gezählt das wäre besonders gewesen Katsu, Dankeschön für drei Monate sechs Leute waren an Mew dran glaube jeder so bei 2003 ach, das hat sogar mehrere dann gemacht ah, Unlucky das hätte ja dann echt funktionieren können weg mit dem Metagross her mit dem Teddy Shiny Seemon Shiny Seedra King ja, die hätte ich mir auf jeden Fall genommen aber die wären wahrscheinlich relativ schnell gekommen und dann hätte ich ja noch irgendeinen schönen Bonus gemacht aber das wären halt dann Mewtwo Zapdos, Lavados und Arctos die haben die Leute wahrscheinlich in Let's Go gesucht oder in Dynamax Abenteuern wir haben die Leute Mewtwo und die Vögel gesucht wahrscheinlich zu viert in Dynamax Abenteuern das wird am schnellsten gehen jedes Mal viermal die Chance 100 mal vier also 25% auf dem Weg kann auch noch ein Gen 1 Pokémon auftauchen und man schafft sie auch noch sauschnell weil sie einfach sind man ist zu viert ich glaube Lavados kam nach 19 Resets Usum auch Usum, ja Leute, ich habe noch kein Shiny gekriegt hier ich weiß nicht, wo ihr eure Shinies herkriegt Gen 7 ja, da kann man halt die Wurmlöcher machen stimmt ich habe es noch nicht noch irgendeine coole ja, Wurmloch finde ich definitiv ja, ich glaube ich hätte gerne Dynamax Abenteuer gemacht und ah, Gen 1 hat so Gen 1 hat so wenige Coole das nächste Ziel ist dann nächstes Jahr sind es dann hoffentlich die ersten 3 Gens voll machen nee die ersten 2 Gens die ersten 2 Gens können glaube ich machbar sein wenn man halt noch mehr Leute hat suchst du den falschen Tauschpartner aus hallo Leon nein weiß ich nicht weil ich weiß nicht was für ein DS du hast google danach du wirst es finden Angel in X und Y Radar Chaining weiß nicht was ich gemacht hätte ich hätte glaube ich die Dünamax Abenteuer gemacht aber ich würde noch gerne ich hätte keine Ahnung aber mir fällt kein Seemon Seedra King Seedra King gibt es nicht Seepa Seemon Leon es kommt ganz drauf an was für ein DS du hast und was für eine äh Firmware du auf deinem DS hast gib die ein gib ein dass du den modden willst in Google alles auf Englisch natürlich denn man googelt auf Englisch dann findest du ganz viele Tutorials die du dir einfach anschaust was haltst du eigentlich von der Shiny Methode von den Ultraforten ich hab's noch nie gemacht ich hab noch nie Gen 7 gespielt ich will auch nicht ähm aber wir werden es irgendwann machen you didn't notice war dann Shiny das war doch nicht Shiny das ist doch rot in Shiny ich hab deins woher soll ich das wissen wenn du das nicht schreibst du hast nur yeah danke geschrieben ich glaub's ich lese die Texte hier durch du hast meins gefunden Screenshot ich hab'n Screenshot du hast meins Shiny welches da steht da steht Fettäppchen ja und wenn du keinen Text durchliest sondern ich meine Aufmerksamkeit euren dummen Buchstaben richtet die ihr mit euren kleinen Fettfinger auf die Tastatur oder auf eurem Handy schreibt dann seid doch glücklich dass ich nicht das fette hässliche Spiel hier durchlese super Spiel aber die Texte sind unnötig zu lesen warum soll ich die Texte hier durchlesen ich lese was ihr schreibt Shiny Things nice behältst du das die sind gelöscht verstehe ich wenn du siehst mit wem du tauscht das bringt auch mir in 99% der Fälle nix weil ihr nicht so heißt hier wie ihr tatsächlich heißt nur Häppchen nennt sich Häppchen im Pokémon also wird Ultrasonne erst bei dem perfekten Decks Video gespielt jup ich heiß da Mauri 98% ich heiß Verox 97% klappe wahrscheinlich ihr beide macht noch nicht mal gerade hier irgendwas soll ich dir Discord schicken wie du magst du weißt auch Häppchen 96% mach ich auch nicht 97% hab nix von dir bekommen hopplos sind alle raus ich hab kein hopplo gekriegt so viele Webseiten Shinies und ich krieg kein einziges ein äh kleines Gespenst die Lein Kablodestik nice du fängst in Feuerrot an du zählst Remakes das ist doch okay ich hätte auch lieber Feuerrot gespielt als Gen 1 aber Gen 1 hatte halt doch ein paar coole Hindernisse Gen 1 ist richtig nervig nur weil du kein Pumelo fangen kannst streng dich halt warte halt ein bisschen ich hab auch lange nach Pumelo gesucht aber wenn's dir keinen Spaß macht dann hör doch einfach auf du hast 4 Fake Shinies ich hab 0 ich weiß nicht was die Leute immer haben ich krieg nur Fake Shinies wenn ich Zaubertausch mache in Kapu nix kriege ich ich krieg nicht mal echte Shinies ich will noch nicht mal echte Shinies das Gimmy Grübe auch nicht Shiny ich seh das als aufräumen diese ganzen unnützen Shinies die ich jetzt auf Form hatte hab ich jetzt schön aussortiert vielleicht haben wir ein bisschen was Gutes getan vielleicht freut sich gerade hier jemand Mama Mama da ist ein Girafarig mit blauer Nase ist das krank ja schick das schnell weg das ist von Leos Mind der hasst Kinder hat eine ganze Box getauscht hab 5 Fake Mons Fake Mons sind by the way was anderes aber wir können es ruhig Fake Mons nennen kriegen nur Fake Shinies ein Schild ja da habe ich einige gekriegt Silver Angel hatte zwei Fake Shinies die sich entwickelt haben Ich muss sagen es ist besonderer hier keins zu kriegen würde ich sagen ich bin ja eher lucky dass ich keine kriege ach du hast zwei Fake Shinies gefunden die sich dann entwickelt haben geh rock ich mal die bots spielen noch kapu genau ist echt so traurig wie sie das Spiel einfach tot gemacht haben anstatt dass sie jetzt weitermachen mit Startern was kommt jetzt dieses komische Wutpilz und was nicht alles Pokégenz heißt der ja ja der verschickt dauernd diese Fake Shinies Brüllschweif ich zeige euch gleich eure Zettel aber ich muss erstmal hier fertig machen Shiny Dummietier ist da kein Symbol ach das ist schon vorbei gewesen sie haben halt einen diese ganzen Events sind halt einerseits irgendwas cooles was sehr selten ist also sowas wie Mewtwo Raid und Windevogel Raid und dann Starter einfach der Reihe nach durch nicht mal der Reihe nach Porygon sag nicht das ist mein Porygon Pokemon GG das ist nicht meins das heißt ich habe ein oh jetzt entwickelt es nicht das heißt ich habe ein wahrscheinlich sogar Fake Shiny Porygon vorhin weggeschickt nur um ein neues Fake Shiny Porygon zu bekommen der Kreis schließt sich alles am Ende kommt auf null raus das gucken wir uns gleich an aber wir machen erstmal fertig ja das Porygon 2 jetzt äh was wollte ich gerade sagen genau die Shinies werden random äh die Starter werden random durchgegangen coole Events manchmal viel zu selten so gut wie gar nicht und dann gibt es halt manchmal noch diese Events von wegen hey wir haben die exklusiven Mons und Houndeen Raids damit ihr exklusive Mons nachfangen könnt falls ihr nicht falls ihr kein Internet habt um Pokémon zu tauschen aber dann bringt es euch eh nichts weil die Events sind übers Internet aber zumindest so wenn ihr keine Freunde habt und zum Tauschen oder nicht versteht wie Tauschen funktioniert könnt ihr wenigstens jetzt die Raid Events machen und so die exklusiven Pokémon fangen herzlichen Glückwunsch aber dass die da noch nicht mit durch sind was ist jetzt Wutpilz und Eisenhand glaube ich ich würde gerne deren Roadmap gerne so sehen wie das so aufgegliedert ist wann was kommt jetzt haben sie Turtok, Lurok und Visaflor durch was kommt jetzt für das fehlen noch so viele Starter oder allen sind die Starter inzwischen egal weil man sie eh im Spiel fangen kann was die hätten machen können mit den Raid Events so viele coole besondere Mons mit irgendwelchen seltenen Attacken oder shiny natürlichen was nicht alles wir machen Starter die haben ein Titanabzeichen nein aber selbst das shiny Event mit der Geistertruhe war cooler als all die anderen Sachen es war zwar super unfair aber es war wenigstens etwas wo viele Leute darauf hingearbeitet haben und es war wenigstens Aufregung und oh oh ok wir haben shiny24.com ein shiny Floor Guest ein gelbes shiny Floor Guest im Netzball warum denn im Netzball ah der ist wenigstens im Simperball danken hartje danken hartje danken hartje schwarzfeder das hat es zweimal durch vorgelesen ich glaube warum äh zweimal vielen dank schwarzfeder für 5 euro dankeschön und es heißt nicht originaldex denn es ist nicht der originaldex aber du kannst es gerne originaldex nennen aber es heißt origindex weil die Pokémon daher kommen wo sie herkommen originieren sagt man das originieren weil man sie dort fängt wo ihr Ursprung ist der origin deswegen ist es der origindex originaldex kann man auch sagen aber es ist origindex vielen vielen dank für 5 euro dankeschön es ist gerade an Gen 2 die schwerste Gen von allen viel Spaß da sind die Raubkatzen drin viel Spaß das wird schrecklich aber du wirst ganz viel Spaß haben bestimmt das könnte sogar ein legit shiny sein da wo Pokémon 24 steht ja ich hab wirklich Raubkatzen PTSD es ist jedes mal hab ich Angst vor Roman nennt ihr eure shinies nicht Poké24 ja doch aber ich lass das .com halt weg also 2 ist trotzdem schlecht für 25 Stück oder je nachdem was ihr sagt wie viele ihr bekommt ja jetzt kommen nur noch welche du bist wahrscheinlich Nummer 9 das ist so krank allerdings hat Happens 1 von meinen gekriegt das ist cool weil das ist hier glaube ich schon echt unwahrscheinlich das könnte aber bedeuten dass es hier dann wirklich von Person zu Person geht und nicht erst in einem Pool landet wie ein BDSP so wie sieht's aus haben wir inzwischen die Wunderbox ist immer noch nicht neu ich glaube in Home dauert es echt lang bis das aktualisiert wird Garados im Netzball und das letzte ein weiteres Finks ein wertvolles im Community Day gefangenes Shiny Finks Happens hat auch ein Shiny ach du hast auch ein Shiny verschickt Würdest du dich mal bei einer Shiny Batch Quest sehen? Nein denn ich mag kämpfen nicht Moment was ist eine Shiny Batch Quest? Moment Shiny Batch Quest sind die nicht schier unmöglich? Ist Shiny Batch Quest nicht wenn du jedes Shiny fängst das existiert bevor ja das ist Professor Reich Challenge Du verschickst auch nur Shinies? Was für Shinies verschickst du? Du spielst doch gar kein Pokémon Go Was für wertvolle Shinies verschickst du? Bist du des Wahnsinns? Ach ein Shiny vor dem Gin nee ich spiel auch keine Nasslogs das ist ja quasi wie ein Nasslog nee ich hab da keinen Spaß dran äh das äh war's außerdem Shiny Batch Quest machen andere ich will Sachen machen die nicht jeder macht sowas wie 100 Shinies im Zaubertausch verschicken okay wir haben Alola Mautzi Ibiza Sam Lavito Lavito Piero da sieht man übrigens was ich immer meine mit ähm wenn man japanisches Spiel spielt und man gibt sich trotzdem einen Namen mit unseren Buchstaben seht ihr hier das ist quasi Piero geschrieben auf einem japanischen Spiel weil dieses Lavita ist aus Anikina in dem Fall aber halt immer wenn es unsere Schriftzeichen im Spiel nicht vorringig wenn die nicht vorringig sind dann äh sehen die normalen Schriftzeichen also unsere Schriftzeichen dann so aus deswegen das ist ein bisschen schade dann hey Fatalica Kleinstein Quacks Mikro von T-Mac Tauros und Funpi Darkfight Zah hat sich jemand wirklich einen komplett neuen Account gemacht und sich Darkfight Z bis A genannt nur wegen dem neuen Spiel warum das Funpi sieht ganz normal aus oder welches Level hat es 19 stinknormales Funpi warum nennt sich jemand Darkfight Z bis A naja vielleicht heißt man ja schon so davor so und dann schaut er den Trailer und denkt sich der hat meine Idee geklaut ich heiß schon Z bis A Teddy das wäre von euch Apfelsaft echt hast du habt ihr eure habt ihr eure Pokémon gekriegt Apfelsaft geil Teddy Born86 Wild der ist älter als ich der kann nur Wild sein oder sie Häppchen sehr wohl das heißt wir haben tatsächlich also hier tauscht man wirklich von Person zu Person da ist kein Mittel eine Mittelbox dabei Joey ein Pamo ein Gierspenst ein Feluri ein Garnovil ein Brüllschweif Eugon 2 in Shiny Fake natürlich aber zumindest im Simperball äh wo steht das Item wo würde ein Item stehen getragenes Item wechseln was für ein Item hat er denn sollte es nicht hier stehen das Item Fähigkeit ich glaube es würde hier stehen das Item ne Magma Florgas auch Shiny Level 99 ok Banet Garados und Luxio ja Porygon ist Level 100 kein Item kein Item was sind es für Fake Shinies die die verschicken Achso es hat sich entwickelt stimmt aber Florgas ja das heißt ich habe soweit ich nichts vergessen habe 6 Shinies bekommen und dafür habe ich 100 echte Shinies hergegeben alle 6 die ich gekriegt habe sind selbstverständlich komplett ercheatete sie sind noch nicht mal ah das Florgas heißt sogar nur Florgas aber der Original Trainer ist Shiny 24 das Porygon heißt auch naja heißt auch Pokemon GG oder ja das heißt auch Pokemon GG ich habe noch nicht mal ein Shiny gekriegt bei dem man sagen kann ist das wirklich Fake lass mal gucken ah Perfect IVs wahrscheinlich jedes einzelne was ich gekriegt habe hat eine URL als Namen 100 echte Shinies verschickt 6 Fakes zurückbekommen und ein paar war cool mit euch halt hin und her zu tauschen das war interessant zweimal habe ich das gleiche Shiny wiedergekriegt was ich hergegeben habe auch nur ein BDSP hier wäre das wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich und sonst besondere Pokemon war vielleicht mal ein Krybuk das ist auch nicht so besonders heutzutage ne das ist schon ernüchternd oder also mir tut es nicht leid um meine 100 Shinies weil die bedeuten mir gar nichts weil die aus Pokemon Go sind aber aber 6 6 Fake keine Ahnung was habe ich erwartet gar nichts ich weiß gar nicht was ich erwartet habe interessanter YouTube Titel ein kurzes interessantes Short vielleicht Nobby Dankeschön für 15 Monate Dankeschön warum gibt es in der Schweiz kein Home auf dem Handy das musst du die Schweiz fragen also ich gucke nochmal in mein Home rein wie lange dauert das kann ich das irgendwie googeln Pokemon Home how long to wonder trade unlike the letter I have to wait one hour 6 hours früher waren es 6 Stunden das wusste ich noch genau früher waren es 6 Stunden inzwischen mit dem neuesten Pokemon Home muss man eine Stunde warten ok so lange warten wir jetzt hier nicht ich werde das Handy dabei filmen aber ja ich habe ja diese 10 diese 10 drin und das werde ich jetzt 3 mal machen müssen 3 Stunden und dann habe ich wirklich 100 Shinies verschickt im Moment sind wir bei 75 ich bin noch nicht mal bei 100 stimmt 75 Shinies und in diesen 75 Shinies die ich legit Shinies die ich hergegeben habe habe ich 6 Fakes zurückgekriegt die ich natürlich löschen werde wenn das Video dafür fertig ist aber ja ich hatte nichts anderes erwartet ehrlich gesagt irgendjemand hat am Anfang gesagt es wären 8 nicht weit entfernt von 6 2 Stunden anscheinend ist es exakt eine du hast Shiny Meloetta gekriegt warum kriege ich nicht so coole Sachen ich will auch ein Shiny Meloetta das ich dann löschen kann war es das für heute dann gehe ich halt Dödlinger Anorid für Dödlinge Kleiner Corgi für Luffer Schrick du bist ein Ho-Oh und das Porygon das heute sehr viel vertreten war Lehagon du bist ein Porygon das reimt sich Angel du bist ein äh Kloptopus nein Kaokto Ferret Ferretti Ferret du bist ein Moorlord äh Sumpex was sag ich dir die ganze Zeit Sumpex Draroth du bist ein Gewaldro Lady mein Lieblings Pokémon ein Sedra King Dark Knight King du bist ein Boleros oder grün ne grün ist Boleros Fast Guy du bist ein Vati Henriette du bist ein äh 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 Gierspenst nein ein 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 Fatalitscha Fatalita Fatalite Fatalite Ne Fataliti nein äh Fatalite Mortscha Mortipot Mortipot Stabilo du bist ein Serpifoi Verox du bist ein Pamu und Mariko du bist ein Adebom und Kutemio Kutemio du bist ein Flammare ach mein Arm bist ein Pamose ein Tee shiny Hooper jetzt lügt ihr Tim du bist einfach nur ein kleiner Vollidiot der shiny Meloetta und dann shiny Hooper schreibt wir brauchen Beweise wenn du jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten auf dem Discord ein Beweis von shiny Hooper und shiny Meloetta postest dann bist du äh hier für immer Tim der Lügner ist das okay ist das okay für dich Tim der Lügner shiny Raupi Marco der Lügner Pokemon Kamesin ja ich hab noch keinen Beweis Tim der Lügner der Hapnus macht schöne Screenshots Finks von Leos Mind das ist schon krass dass du ein shiny von mir kriegst im Wundertäuschen Kapu da sieht man wie wenig Leute dieses Spiel spielen okay äh es ist ja doch schon Viertel nach sechs und wir können jetzt nicht auf Home warten boah ich hätte Home wenn ich Home angefangen hätte als wir angefangen haben dann wären wir jetzt schon dreimal durch ich trottel das hätte es wäre da super aufgegangen aber nein wir haben nicht dran gedacht ich meine ich kann jetzt noch wunderschön mein Pokémon Home ordnen alles nicht so schön Kappa 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 Lorenz Dankeschön für fünf Monate Prime Dankeschön Shiny Urgel Der Entbannungsantrag für Shiny Urgel war einfach nur es tut mir leid also da habe ich dann schon kurz eine Träne verdrückt und auf ablehnen gedrückt aber es war nicht leicht es war sehr leicht okay wir könnten es tut uns leid we're sorry we're sorry we are sorry so haben wir heute Subgoal erreicht nein ich habe ja eh nichts mehr zum hergeben die Liste muss ich jetzt erstmal aktualisieren aber jetzt kann man sie wenigstens jetzt ist sie wenigstens übersichtlich mit all diesen 100 Ghosts weniger we're sorry hier würdest du kurz auf DC gucken warum hast du die warum hast du Shiny Victini was hast du getan hast du einfach nur gegoogelt Mauri schickt mir immer so ein Bild von Shiny Victini und was nicht alles wir könnten Quiz ich bin ein Fan mit Quiz ähm okay hast du ein Quiz parat hast du hast du ein Quiz vorbereitet ach das war auf deinem Alpha Saphir drauf ich habe auch schon auf das schwarz geguckt was ich mir gekauft habe da war nix es war komplett durchgespielt hier 80 Stunden oder sowas Spielzeit aber nix tolles hier steht sogar cool in Home dass sie gerade am am Wundertauschen sind cool ich weiß gar nicht mehr was bei deinen Spielständen war das werde ich mir irgendwann anschauen was bei deinen Spielständen drauf ist ich habe sie erstmal ordentlich sauber gemacht die waren überhaupt nicht dreckig ich check das gar nicht warum Happens hat mir Spiele geschenkt sein x sein Sonne und sein Ultrasonne warum hast du eigentlich Sonne und dann Ultrasonne warum hast du nicht Ultramond dir geholt wäre das nicht logischer habt ihr auch die die sich Gen 7 zweimal geholt haben habt ihr euch das gleiche nochmal nur in Ultra geholt oder habt ihr irgendwie euch gedacht jo wenn ich doch Sonne habe hole ich mir doch danach Mond wie habt ihr das gemacht was ist euer Gedankengang da war Ultra noch nicht draußen weil ich Sonne direkt an Release geholt habe gegen Part geholt weil ich Sonne direkt an Release geholt habe da war Ultra noch nicht draußen hä und trotzdem hast du dir ja danach Ultra Sonne geholt ich bin von Sonne auf Ultramond gegangen ich habe Sonne und Ultrasonne geholt why das macht doch keinen Sinn man muss sich immer den Gegenpart holen oder ach so eine schöne Ordnung den Gegenpart muss man holen ich dachte ja weil ich nicht wusste dass es komplett nochmal das gleiche ist ach so du dachtest quasi es ist wie so ein Patch das heißt oder wie so ein Sims Update du hast quasi Ultra Sonne also holst du dir jetzt Ultra du hast quasi Sonne und holst dir jetzt Ultramond damit dein Sonne weitergeht und dann so Moment was soll der Quatsch oh ist das Spiel das gleiche das habe ich schon mal gespielt deswegen ich bin großer Verfechter von den DLCs so viel besser ich kriege nie nochmal das gleiche Spiel nochmal weiß gar nicht wie man wie man diese nochmal raus bringen Sache verteidigen kann ich tue die Ghost mal wollen wir nicht einfach alle Ghost verschenken ich tue die auch mal hier rüber und nicht einfach sagen ich verschicke alle Ghost vielleicht sind es ja sogar dann 150 ich will die doch eh nicht drei Carpadore Pokemon Black Black and White hat es gut gemacht ja das würde ich auch sagen ist kein einfaches Ding sondern es ist halt wirklich neu spielen natürlich aber ich habe den zweiten Teil noch nie gespielt ich kann es noch gar nicht so genau sagen was ich weiß ist dass das ein ganz neues kannst du auch alle doppelten verschicken besser werden sie eh nicht mehr ja aber die doppelten sind ja für euch wenn ich giveaways mache nur die ganzen Ghost wollte immer niemand deswegen verschenke ich deswegen verschicke ich die Ghost die anderen verschicke ich nicht weil die sind ja für euch oh ordnen das macht zu viel Spaß das sind so viele zwei Reihen sind halt auch echt seltene drin eigentlich so auf Go betrachtet wie man den Go und so gekriegt hat manche nicht viele jetzt zum Beispiel krieg mal eh man hier ist gar kein mehr dabei okay na Moment da ist noch ein klein Stein Gott sind noch so viele kannst du es glauben dass es in 12 Tagen schon Ostern ist ich ich kann gar nicht beschreiben wie unfassbar aufgeregt ist aufgeregt ich bin wenn ich an Ostern meine Augen in der früh aufmache und ich einfach nur zitternd darlege und mir denke was hat mir der Osterase wohl gebracht oh mein Gott ich ertrag's nicht oder werde ich rausrennen ich werde so rausrennen und ich werde durch die durch die durch die Wiesen frohlocken und meine Eier suchen die ich vor vielen vielen Jahren verloren habe ehrlich gesagt als ich angefangen habe zu streamen denn seitdem habt ihr meine Eier fest im Griff mit jeder Nachricht werden sie kleiner gedrückt ich hoffe der Osterase kann sie morgen egal ich weiß gar nicht wann Ostern ist aber wenn du meinst dass ich jetzt nicht fasten kann dass schon ein Viertel des Jahres vorbei ist dann ja das ist echt krank dass schon wieder ein Viertel des Jahres vorbei ist das tut mir auch in den Eiern weh habe drei Boxen schon voll mit Go Moment mal die sind gar nicht von Go was warum liegen die hier was sind die sind auch nicht von Go Hä das ist eine ganz andere Box was habe ich irgendwas falsch gemacht hier liegen unschuldige Shinies oh mein Gott wo ist denn ist am 31 23 24 ok I do not care mein Papa hat gesagt dass ich bei Ostern das Geschenk Tränen bekommen würde bei meinem Geschenk was sie mir schenken da bin ich mal gespannt ich bin so gespannt das Meltan geben wir nicht her irgendwann wird man Meltan zu Giga machen können und dann bin ich super rot nein wird man nie machen können ich hab fast drei Boxen ey okay wir können auch einfach weitermachen und die alle noch verschicken aber wo wie viel sind es denn eigentlich wenn ich die verschicke sind es 100 gewesen 100 100 200 300 400 500 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 46 hab ich noch 146 wären es insgesamt 146 Lügen Tim wir brauchen noch deinen Beweis Lügen Tim was geht was geht 5 Minuten sind so um Melton Melmetal sind die beiden einzigen Legitin Go-Mons für mich ja wenn du nur einen Living Dex machst für deinen Shiny Historiaculas biete ich dir Shiny Victini Shiny Hooper und Shiny Vulcanion Noch ist kein Ostern Daddy Chill Leo geht seine Eier suchen ich hab Kopfkino You wish Wie viel spielst du eigentlich Pokemon Go gar nicht ich hab nur 146 Shinies ne ich spiel wirklich kein Go mehr hoffentlich bekommen Sandan und Sandana ein gutes neues Zuhause du kannst die haben wenn du willst zentriert sind ich will die alle nicht deswegen schmeiß ich sie ja weg die will halt auch keiner aber wenn du Shinies Sandan und Sandama haben willst du kriegst sie sofort sind die irgendwelche Go-Shinies die jemand haben will außer Tim weil der ist ein Lügner ähm weil das mach ich lieber als sie einfach in den Zaubertausch zu packen dann sind wir vielleicht auf 140 150 150 wäre cool Moment hab ich noch ein Go 150 wäre cool find ich noch hab ich ein Go vielleicht ich weiß dass ich in Go glaube ich noch ein Schlurp habe ich weiß ich hab noch ein Schlurp in Go und ich habe noch ein Formeo in Go und ich hab auch noch irgend so ein Kostüm Pikachu aber das bringt mir nix Nebulag wäre nicer ich bin nicht at home es wäre cool wenn ich auf 146 ist auch eine coole Zahl ich habe 146 Shinies verschickt ich spiele gar nichts wo sie wohnen könnten auf Let's Go Pikachu würden sie drauf gehen hab ich zufällig noch vier Shinies in auf jeden Fall schlüpft jetzt ein Ei aus Shiny No Dino Shiny Dino Gott hätte ich viele Eier ausgebrütet so viel wie ich auf dem Sofa lag in Köln die müssen süß ja schick mir Geschenk warum brauchst du Geschenk ok ok warte hier Shinies schillernd oh eins zwei drei vier oh ich hab vier das andere warum wird das immer dunkel wenn ich das hier hinhalte ok ich hab vier Shinies in Go ich kann die noch übertragen und dann kann ich die dann hab ich 150 oder wir sind jetzt bei 146 das hier sind das hier sind fünf mehr also 105 135 135 140 146 146 plus 450 ich hab exakt 150 Go Shinies was ist das für ne geile Zahl let's go dieses 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 äh dieses die Sui Fukano kam letztens auch aus dem Ei voll krass ne aus ner Forschung glaub ich egal warum verschick ich die wie verschick ich die nochmal so was was zum Teufel hab grad alles kaputt gemacht glaub ich hab grad glaub ich Spielstand löschen gedrückt aus Versehen wenn da fünf sind sind da auch vier also er hat nicht unrecht da sind auch fünf wie ich gesagt habe ist eines von denen das Pikachu äh ein Event Pikachu was man nicht übertragen kann deswegen sind's vier gewesen ich kann schon ein bisschen zählen Gott ihr seid so doof hoffentlich krieg ich jetzt alle rein eins zwei drei vier ja okay selber doof immer zweimal mehr wie du Moment 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 kann ich's nicht übertragen weil Homeoffice oder was bitte öffne Pokémon Home Halt Halt Speichern Oh mein Gott Wer denn von Tim gerade verflucht Nein 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 Lügend Tim Lügend Tim Lügend Tim wo sind deine Beweisfotos du hast Shiny Meloetta und Shiny Victini gefunden ne was war's Shiny Shiny Hoopa ähm Lügend Tim macht gerade einen einen Fluch auf euch ja nein 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 ihr werdet dann auch Lügner wie Lügend Tim so warum kann ich das jetzt hier nicht übertragen es tut mir leid die nächsten 5000 Resets keine Shinies das kann so viel Macht hat er nicht so viel Macht haben nur Leute die tatsächlich Shinies haben ok ich sollte jetzt die 5 haben die erste Ladung Home sollte gehen gerade ging's noch nicht ich müsste jetzt aber noch 50 Pokemon also verschicken können wir die aufteilen auf die drei Spiele 50 durch 3 Home ist langweilig oder irgendwie so dass wir sagen wir machen 50 in also BDSP war zwar irgendwie cool aber BDSP ist am wenigsten so dieses System oder weil es da auf eine Box geht dann kriege ich meinen eigenen zurück und sowas vielleicht machen wir 25 25 jeweils auf Kamesin Popo und Schwert und Schild oder wenn ich vielleicht einen Shiny Hooper wenn ihr ja so viele Shiny Hoopers gekriegt habt so wie Tim vielleicht kriege ich ja dann tatsächlich einen Shiny Hooper also vielleicht alle in Kapu wo ist es wo ist die erste wo sind sie hin ach das macht das eine mal anders ne warte die sind bei Mew die sind hier die sind tatsächlich auch relativ selten das Formeo habe ich gefunden das Flampion habe ich auch gefunden das Schlurp kam aus einem Ei was krasses glaube ich und das Hisui Fukano kam aus einer Forschung glaube ich was glaube ich nicht so krass ist dafür dass da diese Hisui Woche war oder weiß nicht okay das sollten jetzt dann 150 sein beziehungsweise das sind 30, 30, 60 äh 60, 72 75 ja und 75 und 75 ist 150 ey wir haben exakt 150 Shiny Go-Mons weg damit okay wo tun wir die hin soll es nicht eine neue Staffel geben von Supernatural würde alle in Kapu hauen und hoffen dass Shiny Koraidon gönnt habt ihr das schon mal erlebt alle in Kapu rein aber Kapu ist so aber ja ne Schwert und Schild war auch umständlich lange ja mach mal Kapu keine Ahnung hab's nie beendet okay Hardcore Fan du hantest gerade Deoxys in Smaragd mit dem GB Operator kann ich da die Speed Funktion nehmen um das Muster abzulaufen oder geht das Algorithmus beim Shiny durcheinander was was für ein Algorithmus du hantest Deoxys in Smaragd mit dem GB Operator du weißt dass das in Smaragd eine sehr schlechte Idee ist zu tun oder redest du von RNG ach das geht ja gar nicht ich trottel ich kann ja nicht alle machen okay alle wird nicht gehen redest du von RNG Manipulation oder redest du tatsächlich legit Deoxys in Smaragd Fin gib mir mehr Informationen was 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 ah Paras nein legit Muster ablaufen okay das solltest du nicht in Smaragd machen denn in Smaragd ist der Shiny Frame immer der gleiche das heißt es ist quasi unmöglich für dich ein Shiny Deoxys zu finden es geht aber du machst es dir fast unmöglich schau dir eins schau dir eins schau dir mein vorletztes Video auf YouTube an wo ich das kurz erkläre warum es quasi unmöglich ist keine Discord lügend lügen Tim was lüge meine DMs sind überall offen für wunderschöne Bilder von wunderschönen Shiny Hoopers und Shiny Meloetas muss ich jetzt wirklich diese vier ich glaube die gehen noch nicht in Schwert und Schild ich glaube Formeo aber sie sollten alle glaube ich in also ich glaube ich ich glaube mit BDSP soll es aber alles gehen ja 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 ey so viel Shinies die ich einfach weggebe aber 150 wird sich bessern als 100 let's go hab mir noch 185 Pokémon ins Smaragd bekommen echt? auf jeden Fall okay wenn du denkst dass du das so machen willst äh natürlich kannst du vom GB Operator die Speed Funktion benutzen warum solltest du sie nicht benutzen dürfen? ich weiß nicht was für ein Algorithmus du meinst was wird halt alles nach vorne beschleunigt? hallo Sarah okay we are back das Spin-Off zu den Eltern wurde abgesetzt ah hab halt leider kein Feuerrot und Blattgrün nur Smaragd ja wenn dich das interessiert warum das in Smaragd sehr sehr schwierig ist zu Shiny hunten dann äh schau dir mal ein vorletztes Video an das ist allgemein sehr interessant wenn du das noch nicht kennst dann verstehst du auch wie Shiny hunten funktioniert vom Code her und das erklärt das ganz gut warum du es in Smaragd nicht tun solltest aber wenn du es mit Mew schon geschafft hast die Ox ist in Smaragd okay es geht wieder los, 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 los wir haben noch äh 45 sind es jetzt wieder ne alter das dauert ja noch ewig schaffe ich das macht mit Happens hat was gekriegt von mir vorhin vielleicht kriegt ihr auch ein Schein jetzt geht wieder los, 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 los konterbunt rechts, links hoch und runter irgendwie sieht das Spiel so gerade relativ hübsch aus ich dachte du bist fertig ähm okay habe ich das gesagt? ich habe mal versucht den Saphir zu hunten habe dann festgestellt dass da etwas unklug war mit einer Dead Battery das sollte meines Wissens egal sein tote Batterie ich bekomme da aber oft durcheinander weil manchmal ist eine Batterie gut manchmal nicht manchmal soll man sie raustun manchmal soll man sie drin haben bam 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 Tim wir werden nicht aufhören entweder du gehst oder du schreibst so was schlimmes dass ich dich banne oder du beweist uns dass du kein Lügner bist wo du tatsächlich shiny Hooper und shiny Meluette hast in Saphir und Rubin ist in Smaragd egal nee 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 aber in Smaragd ist also in Smaragd ist es tatsächlich egal wirklich egal aber Harkon MM19 was aber warum ist es in Saphir und Rubin nicht egal was mit der Batterie ist vor einem Monat meinen erst shiny Flamlin Rubin mit RNG man nicht bekommen Dead Battery for the Win deswegen ne weil die Batterie sorgt dafür dass am Anfang kein neues kein neues Seed erstellt wird und dann ist der Seed immer gleich das war's gell und deswegen wenn du normal shiny Hanten Builds brauchst du eine funktionierende Batterie ja 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 Pamu warum schreibst du hier Sarah dass du Happiness Whispers ich habe Fragen egal mir ist grad eingefallen ich könnte das hier machen sie hat nur gefragt ob ich den Hobbylos mit 5 Sternen bewertet habe was was ist Hobbylos Podcast ah dann whisper ihm das doch einfach sag doch sag doch sag doch wuffelt's sch äh Wieso kriegt Leo eigentlich keine Schein in diesem Zaubertausch? Hallo? Soll ich kochen? Okay. Ich muss kochen. DarkfightZA hat gerade mit mir getauscht. Vielleicht ist das Spiel wirklich schon so unterbevölkert, dass wirklich die gleichen 30 Leute die ganze Zeit am Tauschen sind. Es gibt Leute, die lieben das. Die stehen da und tauschen einfach nur und denken sich, oh, was kriege ich jetzt? Aber der hatte auch gerade einen lustigen Namen. Irgendwie MG33. Was gibt's Feines? Ich werde eine Bolognese machen. Ich stelle dir mal vor, der Website tauscht gegen eine andere. Das sollte passieren, oder? AG03? Ist das irgendwas Besonderes? Das klingt immer wie eine Waffe. Du würdest, glaube ich, eher deinen Pokédex vervollständigen, bevor ich einen Shiny kriege. Es sieht so aus, ne? Kriege ich einen Sproxy? Einen Schrudel? AG03? Ja, aber ich denke, wenn das klingt, alles immer so aggressiv. AG-Arbeitsgemeinschaft. Ich mach die Reihe noch fertig und dann muss ich aufhören. Und die restlichen... Äh, was sind das dann? 40 machen wir dann schnell morgen. Was machst du mit all den ertauschen Pokémon? Freilassen. Ein Shiny! Äh, Quajutsu! Von pokevent.com Diese Namen sind so kreativ. Aber wir haben gerade noch extra Feed gekriegt von Quajutsu. Wir machen direkt weiter. Quajutsu, Englisch. Sensationell, wer hätte es gedacht? Okay, das wäre das... Siebte, glaube ich. Das siebte Shiny. Von über 100. Oder von 100. Nicht mal 100. Wir können hier noch auf Home jetzt einmal gucken. 1 zu 1, das von pokevent Quajutsu habe ich auch gerade bekommen. Du willst doch nicht sagen, dass das... Du glaubst doch nicht, dass das die gleichen Stats hat? Ja, die eine Wunderbox hier ist fertig. Moment. Bildschirmaufnahme. Aber es ist so dunkel. Ich habe doch kein... Es wirkt fast wie so ein Sicherheitsschutz. Ja, hier. Ich sehe es von hier aus nicht so gut. Voll Coco, Quaffa, Wuffels, Lummi, Spross, Sandan, Pecho, Rotom, Formeo, Duraludon und Memeon. Kein Shiny. Yippie. Warte, ich schmeiße schnell die nächsten 10 rein. Okay. Wollen wir nicht so viel gehackt? Ja, ich habe da auch schon welche gekriegt. Aber ja. Aber ich wollte halt alle Systeme einmal durchmachen. Und jetzt die restlichen machen wir alle hier. Ich glaube, wenn man ernsthaft einen Wundertausch machen will, macht man ihn am besten auf Home. Es geht am schnellsten. Oder es ist am einfachsten. Einfach Pokémon, die man selber nicht will, einfach auszutauschen mit etwas, was man vielleicht braucht. Was war das? Ihr wisst es nicht. Ein Shiny kam erupt. Cool. Wir gucken gleich. Ja, das ist halt echt das Problem mit Zaubertausch. Wenn man da seine Shinies reinhaut. Es kann halt echt sein, dass es nicht irgendwie geschätzt wird von der anderen Person. Ja, das gucke ich gleich, weil das sah gar nicht mal so unlegit aus. Das hatte zumindest keinen Namen. Gimmi. Okay. Okay. Wir haben also ein Pikachu bekommen mit seltsamen Original-Trainer-Namen. Ein Trassler. Harkon MM19. Was haben die alle für Namen? Aki. Pamo. Wuffels. Zurukex. Sproxi. Von Gryffindor. Quajuzzo. Von Pokévent. Mit natürlich, natürlich Muschelglocke. Okay, mit Muschelglocke. Sturzbach. Und es hat ein paar Bänder, die nicht so einfach zu kriegen sind. Ähm. Dann haben wir Fatalité. Und Shiny24.net. Ich glaube, das Kamerupt ist tatsächlich nicht legit. Aber ja, es hatte wenigstens nicht den Spitznamen. Shiny24 macht es nicht mit dem Spitznamen, sondern nur mit Original-Trainer. Was genauso kacke ist. Und nicht mal Bänder. Also bisher gewinnt Pokévent. Weil die geben wenigstens Bänder. Hier Pokégear oder wie das hieß. Pokégen und Shiny24 geben keine Bänder. Und ein Makago. Noch nix. Aber wir haben schon zwei neue. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, bei neun. Eins, nee. Sechs. Wir hatten da vier, zwei, sechs, acht. Acht Shinies insgesamt. Von fast hundert verschickten Shinies. Wobei, inzwischen dürften es hundert sein. Hundert verschickte Shinies. Und wir haben acht Fake-Shinies zurückbekommen. Wunderschön. Wir machen dann morgen weiter. Hat doch länger gedacht, äh, gedauert, als ich dachte. Hat länger gedacht, als ich dauerte. Wir machen morgen weiter. Morgen verschicken wir die letzten 50. Und dann haben wir eine endgültige Naja. Statistik. Und dann, äh, Shiny handen wir wahrscheinlich die Oxys. Und dann bald fangen wir an mit Pokémon Schwarz. Gechillt durchspielen. Und Pokémon fangen. BDSP war Schillerpin nur für Eier. Ja. Ich frage mich, warum man die überhaupt hackt. Geld. Kriegen Geld dafür. Es ist immer Geld. Äh, zu Pokémon BDSP. Bringt mir der Schillerpin beim Shiny handen von Kaioga etwas? Oder bleibt die Raid gleich? Ja. Schillerpin bringt nur etwas beim Eier brüten. Schillerpin bringt nichts bei allen anderen Pokémon. Pokémon. Also nein. Kaioga 1 zu 4000. Egal was du machst. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, das war für euch interessant. Ich find's lustig, das mal zu checken. Checken ist klar, aber es liegt halt ein bisschen mehr dahinter, wenn man Shinies verschickt. Mir bedeuten die Shinies nicht so viel. Aber da kann man mal gucken, was man so bekommt. Das Karma. Eigentlich sollte sich mein Karma sehr, 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 sehr gut aufbauen jetzt. Aber vielleicht vielleicht krieg ich morgen einen Shiny-Wundertausch, das tatsächlich echt zu sein scheint. Und ich hab gelernt, wo Emila wohnt. Hier. Ich glaub, das wär' eine Quizfrage und viele wüssten es nicht. Weil die Story lässt es so wirken, als würde da der der Schulleiter leben. Schulleiter schläft wahrscheinlich in seinem in seinem Büro. Kann man Spannes zurück? Nö. Also, Shinies. Leute, vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder. und bald geht es los mit Gen 5 Origin Decks. Bussi! Tschüssi!